Ich will dir was zeigen. So, Dommer will dir was zeigen. Kann ich so viel von der Wohnung hier zeigen? Irgendwo da oben, warte. So ein bisschen kippen? Da ist dein Schlafplatz, wenn du nicht besuchen kommst. Ach, sehr cool. Boah, es schaut richtig schön eingerichtet schon aus, ne? Aber hier kommt noch eine Leiter, keine Angst. Also kommst du dann. Okay, das hältst du mich einfach. Ja, Schatz, du hast das wunderschön eingerichtet. Wie bei Tim Budes haben wir diese Feuerwehrstange. Stimmt, der hat so eine Stange nur irgendwie, da habe ich gesehen. Ich würde noch nicht hochkommen. Eine Feuerwehrstange. Ich habe gerade schon zu Dommel gesagt, er soll unbedingt filmen, wenn du da hochkrabbeln musst, weil da oben kann man nicht stehen. Da muss man reinkrabbeln. Oh, cool. Oh, Irgendwann hat auch noch einen Podcastplatz, oder? Ah, ne, da oben ist die Karte. Hab nur ein Büro ein bisschen eingerichtet, ne? Nö, es schaut genauso aus wie vorher. Ja? Ja. Der Spiegel? Der hängt schon die ganze Zeit da, schau. Ah, da. Hallo, Michel. Ja, guck mal, so lange haben wir uns nicht gesehen. Zwei Wochen ist es, ja? Wahnsinn. Ja. Michel war da gerade ein Foto in der Ecke. Ja, es war zurzeit ein bisschen stressiger an mir. Ich habe jetzt auch gerade richtig rushen müssen. Ich kam gerade eben zur Tür rein. Und, ja, mit Trägen. Und das ist jetzt zurzeit eine Baustelle. Und das ist so ein weiterer Umweg. Und Dienstag habe ich auch immer noch Arbeit. Und das leppert sich irgendwie alles hinten dran. Und das Essen auch vorbereiten für den nächsten Tag. Und, ja, aber, ja, schauen wir mal. Wieso ist denn bei dir jetzt los, dass du auf einmal so viel Stress hast, also auf dem Dienstag? Ja, wie gesagt, diese Baustelle nimmt halt extrem viel Platz weg. Da will ich auf jeden Fall in der Früh immer eine Cardio-Runde machen, abends. Also, ich gehe halt Gassi, ich nenne es Cardio. Also, weil es eine Beschreibung ist und so. Die will ich auf jeden Fall nicht ausfallen lassen. Und irgendwie nimmst du irgendwie zu viel Zeit weg. Training nehme ich mir auch jetzt mehr Zeit dafür. Deshalb irgendwie mag ich mich nicht so stressen. Und heute habe ich dafür extra Arbeit früher angefangen, was ich früher aufhören konnte. Aber ich kann auch nicht sagen, was ich jedes Mal so machen kann. Aber Rest ist auf jeden Fall. Aber zurzeit ist ein bisschen irgendwie, ich weiß nicht, wo die Zeit hin ist. Die geht irgendwie so. Verrückt. Verrückt. Das Hotel war nicht da. Du musstest alleine in den Haushalt schmeißen. Ja, das sowieso. Das war crazy. Ja, wie war es so eine Woche ohne Michelle? Michelle war ja mit einer Alicante. Du warst alleine zu Hause. Ja, teilweise ist das echt ein bisschen langweilig. Weil sonst hängen wir immer zusammen rum, wenn irgendwas ist. Und du kannst immer, hast jemanden zum Quatschen oder irgendwas zu machen oder so jetzt. Okay, jetzt habe ich irgendeine Freizeit. Und dann hängst du am Handy und dann versuchst du dich irgendwie zu beschäftigen. Ja, klar, dann gehst du ins Training, machst dein Zeug halt so. Aber irgendwie ist es alleine doch irgendwie langweilig auch. Ich habe gemerkt, ich schlafe ganz anders. Weil früher, als ich immer noch alleine gewohnt habe, habe ich immer mit einem Podcast eingeklafen oder irgendeine Geräusche oder sonst was. Aber jetzt ist, ich muss mich dann daran gewöhnen, weil Michelle kann das gar nicht. Die kann gar kein Licht sehen, keine Geräusche, gar nichts. Und da muss ich mich erst daran gewöhnen. Aber jetzt schlafe ich damit deutlich besser. Und jetzt habe ich wieder angefangen. Beim Einschlafen meine Gedanken rattern oder so viel. Und dann lasse ich einfach irgendwas nebenbei laufen, in einem Podcast oder sonst was. Aber dann merke ich, dass ich da von dem Podcast wieder aufwache. Und dann bin ich wieder wach. Und dann will ich mir irgendwas anhören, dass ich wieder einschlafen kann. Und das war die ganze Zeit so ein Hin und Her. Das ist ein ganz komischer Schlaf auf jeden Fall. Und weil Michelle jetzt wieder da war, konnte ich besser schlafen. Ganz komisch. Ja, ja. Ein kleiner Tipp, es gibt bei Spotify so eine Sleeper-Funktion. Das heißt, du kannst so einen Timer setzen. Und dann geht der nach 15 oder 20 Minuten auch gehen, nachdem wie du es einstellst. Ja, ganz oft ist dann schon ausgegangen. Und da war ich nämlich ganz am Schlafen. Und ich so, da ist jetzt aus. Ich habe es ja angemacht. Und so der ist ganz, ah, bescheuert, Mann. Keine Ahnung. Aber du bist sonst klargekommen mit Haushalt und allem. Ja, das ging schon klar. Das ging schon klar. Aber Michelle hat trotzdem was zu merken gehabt, weil sie zurückgekommen ist. Chaos, ja. Ich bin gar nicht klargekommen alleine. Ich wollte gerade sagen, Dommel wird wahrscheinlich sterben. Ich glaube, das hat sich auch in Absicht über drei Jahre so geplant alles. Ich bin alleine. Er rettet mich, holt mich hier raus. Sonst Kooperationspartner, Lieferando, haben andere Bodybuilder anscheinend auch. Ja, ja. Ja, ich möchte dann einfach so Fit Meals. Ich kann nicht nur Burger und Pizza fressen. Ja, Jungs. Boah, richtig viel passiert in den letzten zwei Wochen, ne? Also richtig, richtig viel. Also wir müssen richtig was nachholen. Zwei Wettkämpfe, die gelaufen sind, über die wir nicht gesprochen haben. Dann Chris, der sich die Olympia-Quali geholt hat. Neue Regeln in der Menzphysik. Und dann will Kevin noch irgendwie was über Leitungswasser erzählen. Weil ich glaube, wir haben heute eine richtig, richtig volle Folge. Sag mal, wir fangen mit dem Leitungswasser an. Das scheint mir am wichtigsten zu sein. Ja, genau. Kevin, erzähl doch. Ich habe lustigerweise tatsächlich gerade eben auf YouTube beim Essen geschaut. Und da wurde mir auch ein Video über Leitungswasser vorgeschlagen. Da hat ein anderer Arzt auf das Video reagiert, was Kevin bei uns in die Gruppe reingepostet hat. Fand ich echt interessant. Ich muss sagen, ich habe nur die ersten fünf Minuten angeschaut. Dann habe ich wieder ausgemacht. Aber das ist einfach ganz interessant eigentlich. Ja, gleich kriegen wir die ganzen Verschwörungsmythen von Kevin präsentiert. Ich freue mich da super doll drauf. Kommt er heute noch? Keine Ahnung. Es sind schon acht Minuten über der Zeit. Aber vielleicht ist seine Bahn zu spät gekommen. Keine Ahnung. Die Frage der Fragen, auf jeden Fall, die uns ja heute alle bewegt. Ist Julian Nagelsmann der richtige Bundestrainer? Oder hätten wir doch Chris DeCito für die Nationalmannschaft catchen sollen? Haben wir einen neuen Nationalmannschaftstrainer? Ja, habe ich heute gehört. Krass. Der Nagelsmann macht es. Wer ist Manuel Bauer noch? Wer ist der Manuel Bauer? Manuel Neuer? Manuel Bauer steht noch im Tor, genau. Und Chuchurenko pfeift das Spiel. Chuchurenko. Wer ist der Julian? Nagelsmann. Der war mal Trainer von Bayern und vor bei Leipzig. Von Bayern? Ich war mal Bayern-Fan. Was passiert? Ja, ich auch. Und der ist jetzt auf jeden Fall Deutschland-Nationaltrainer. Ottmar Hitzfeld war noch, als ich aktiv war, Junge. Gernst du, Gernst du, Gernst du, oder? Ja, geil. Gernst du, willkommen. Gernst du, Abend. Wir haben gerade schon einen kurzen Umriss gegeben, worüber wir heute reden werden. Aber bevor das Ganze losgeht und du deine Leitungs-Wassermythen hier um die Ohren hauen darfst, ist es noch eine Frage, wie geht es dir? Gut. Mir geht es gut. Prep läuft. Ja, wie viele Wochen sitzt es noch bei dir? Ja, jetzt sind es acht. Also, ja, sieben Wochen und fünf Tage, genau so. Geht in die heiße Farbe jetzt? In Form ist gut. Also, es läuft quasi wie von selbst eigentlich. Also, in Form zu kommen, habe ich mir noch nie schwer getan. Und das ist auch gut so. Ich habe keinen Hunger. Und du hast ja auch unseren Nationaltorhüter als Coach, der auch bei Tim, bei Tim Budesheim. Hält den Gassen sauber. Hält den Gassen sauber. Der auch Tim, Alter, richtig krass auf die Bühne gestellte, um mal den Bogen zu den Wettkämpfen zu kriegen. Was war denn da bitte los? Alter, was trinkst du da? Königamin. Schau das Glas an. Ich bin unbezogen. Ich trinke nicht mehr aus normalen Gläsern. Was denkt ihr denn jetzt, Alter? Nein, ich habe vorhin für den neuen Bulletproof RRs Aperol-Werbung gemacht. Und das war mein Aperol-Glas. Das stand hier gerade noch. Aperol, nicht rot? Oh, oh. Hab ich schon ausgetrunken. Ich kann jetzt hier, vielleicht kriege ich auch einen Montana Black oder wie der heißt, auch einen Sponsoring. Gönigamin, yeah. Schmeckt das? Ja, Kokosnuss ist unumma lecker, ohne Scheiß. Ja? Dann gönne ich mir den auch mal. Ja, gönnt euch mal einen. Komm 10. So, aber jetzt zu den Wettkämpfen. So, wir haben uns lange nicht gesehen. Ich würde gerne wissen, wie ihr erstmal, bleiben wir bei Mailand, chronologisch. Wie habt ihr Mailand erlebt? Du warst ja sogar vor Ort, Ingo. Vielleicht kannst du das mal beendrücken. Ja, also jetzt, wo du gerade von Tim angesprochen hast, ich habe wirklich, hat er vorher nicht ganz so viel gezeigt und so. Da war man sich ein bisschen im Ungeschlüssigen. Und ich habe auch davor gesagt, ja, wenn jemand so wenig zeigt, dann ist er sich wahrscheinlich auch nicht sicher oder hat er mir was zu verstecken. Aber als ich dann Backstage gesehen habe, wie er durchgespannt hat. Ich habe ja ein Video in die Gruppe reingeschickt. Klar, was er macht sich bei Tim ein bisschen kaputt, aber das war schon heftig. Ich dachte mir, oh, leck mir im Arsch, schaut richtig gut aus. Und wenn ich gewertet hätte, hätte ich ihn wahrscheinlich sogar, klar, der Chinese ist noch massiger gewesen als er. Und Roman hat wieder einen ganz anderen Körperbau wie er. Aber ich hätte ihn ganz gerne mit den ganzen Leuten vorne nochmal verglichen. Der hat da super reingepasst. Also der war prall, der war voll, der war hart. Also klar, Mittelpartie von vorne, Doppelbizio von vorne und so. Der macht in seiner Mitte ein bisschen was kaputt, aber die ganzen seitlichen Posen, Rücken. Ich fand auch sein Posing, hat er deutlich besser gestanden wie davor. Hat auch eine schöne Kür sich überlegt gehabt und so, was ich jetzt auch für seine Verhältnisse eine schöne Kür fand. Natürlich erst immer noch Tim Budesheim, ja, aber ich fand es trotzdem geil. Vorne drin war es extrem dicht. Aber wenn ich ehrlich gewesen wäre, ich hätte wahrscheinlich, also ich hätte einen Tim weiter vorne auch in Mailand schon gesehen als einen Roman. Echt? Meine Meinung, klar, das ist ein anderer Körpertyp, ne? Ich stehe auf dieses fleischige, dieses Brockenhart, dieses richtig, natürlich Roman war auch hart, aber Tim hat diese Grainy-Härte, diese Faserregel, das sah richtig geil aus. Mir hat es gut gefallen. Generell, der ganze Wettkampf war extrem stark besetzt. Nett und die Hescher, Alter, wie der ausschaut, das ist, was habt ihr für eine Brust einfach dran, Mann? Was ist das für ein Ding, Mann? Das ist wie mein Kopf, hat der da vorne dran hängt. Das hängt so richtig Fleischweg nach unten, bis zum Bauchnagel fast, das ist crazy. Also der ganze Wettkampf hat extrem Spaß gemacht. Die Halle war rappelvoll ausverkauft. Die Stimmung war abnormal, also es war einfach rundherum ein richtig schöner, geiler Wettkampf. Kann ich echt nur nochmal empfehlen. Das war jetzt Italien, ne? Genau, Mailand, ja. Okay, weil... Also war, gegen Alicante war ich nicht vor Ort, da war Michelle dann da, aber Mailand konnte ich jetzt nur positives berichten, hat richtig Spaß gemacht. Ja, geil. Ja, geil. Vor allem war es ein sehr kurzer Wettkampf, ne? Also durch gleich zu wenige Klassen, da ging das relativ fix um. Genau, 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 genau. Ingo hat jetzt gesagt, er hätte Tim sogar schon in Mailand vor Roman gesehen. Wie habt ihr das Ganze wahrgenommen? Über den Livestream wahrscheinlich. Ich meine, du warst der Einzige, der vor Ort war, Ingo. Das ist immer noch was anderes. Ja. Aber wie habt ihr das Ganze wahrgenommen? Das waren innerhalb ja vier Plätze, die sie getrennt haben, ne? Tim war, glaube ich, siebter und Roman dritter in Mailand. Wie habt ihr das wahrgenommen? Also wir haben es da kommentiert, Orton, ne? Ja. Von Mailand haben wir kommentiert. Ich persönlich habe Roman vorthin gesehen, aber es war jetzt, also jetzt rein vom Stream her, in Alicante, da, finde ich, geht die Entscheidung klar. Aber kann man auch anders sehen. Aber ich verstehe auch, wenn man das so entscheidet. Finde ich immer so krass, ne? Ich hätte Roman in beiden Wettkämpfen vorne gesehen, weil in meinen Augen das einfach nicht reicht, dieses, also, dieser Unterschied von der Fülle. Also Roman hatte ein bisschen Probleme. Hat der Satz nicht aufgehängt? Ich habe mich aufgehängt? Nein. Geh mal aus dem WLAN raus, bitte. Achso. Ich dachte gerade schon, irgendjemand hat sich aufgehängt. Komm wieder. Nee, doch, du bist da. Bleib dabei. Okay. Also ich fand Roman auf beiden besser. Also ich finde den Unterschied halt, den man formtechnisch durch dieses Laden und Nicht-Laden, ich meine, Roman war wieder in Form, vielleicht nicht ganz so prall wie in Mailand und Tim war ein bisschen besser in Form. Aber für mich reicht dieser Unterschied einfach nicht, um dann jemanden so umzuplatzieren. Also ich finde das auch immer krass, auch der Tausch von Nard, Nathan und Regan, das kommen wir sicherlich auch drauf. Auch für mich völlig unverständlich. Man kann ja halt vor einer Woche nicht so einen krassen Unterschied irgendwie rausholen. Ich finde das immer so, für mich wird es langsam irgendwie wie so ein bisschen Vorentscheidung ist schon gefallen. Oh ja, Tim wurde beim letzten Mal schlechter platziert, den kennt man schon. Diesmal machen wir ein bisschen weiter nach vorne. Ich finde auch andere Judges da und jeder sieht es ja wieder anders. Also wir haben ja auch verschiedene Meinungen. Also ich bin da auch Dommes Meinung, dass ich auch in Alicante den Roman vorne gesehen hätte, aber jetzt nicht irgendwie, weil der besser in Form wäre oder sowas, sondern einfach wegen der Struktur. Ich finde, Tim hat einen ziemlich leeren Rücken. Also wie gesagt, super verbessert und alles, kann ich irgendwo nur zustimmen. Ich habe es natürlich nicht live gesehen, aber ich finde halt, der Rücken von Tim, der ist, wenn er in die Pose geht, vor allem in die Doppelbizels von hinten, dann ist ja relativ leer. Da fehlen diese, da fehlen die Dichte einfach irgendwie. Ich weiß auch nicht, woran das liegt oder sowas, aber es fehlt einfach und das ist so eine Sache, das finde ich bei Roman halt nicht so. Also wenn ich Judge wäre, würde ich jahrelang immer Roman vor Tim werten, in dem Moment, weil einfach die Linie, die Struktur und alles für mich besser ist. Es müsste dann einer schon gravierend nicht in Form kommen. Und ich finde es halt immer krass, dass man halt wirklich innerhalb von einer Woche so ein Switch macht, dass dann einmal von siebter und dritter auf dritter und fünfter, glaube ich, getauscht ist. Also das finde ich immer schon, da denke ich mir so, ah ja, wie wollt ihr das denn begründen? Was war letzte Woche so anders? Ja. Aber trotzdem, also wirklich starke Leistung von Tim und von Manuel, das habe ich ihm auch geschrieben. Tim sah brutal aus, also wirklich. Also die Form auch, die fand ich auch der beste Tim eigentlich, den man je gesehen hat. Also das war so, dass ich diese Entherte, dieses, was sich jeder wünscht und auch noch voll dafür, also der war jetzt nicht leer oder sowas. Ja, also Tim hat wirklich da fast sein 100 Prozent gebracht, würde ich sagen. Das, was er abrufen kann, auch das Posing, mega geil. Von daher finde ich schon, dass man es vielleicht werten kann. Ich sehe es genauso wie Domo und Kevin. Für mich hat halt, ist aber auch der persönliche Geschmack. Ich finde halt Linie wichtig. Und ich finde halt Romans Linie tausendmal schöner als die von Tim. Ich war aber halt nicht vor Ort. Ich weiß nicht, wie es gewirkt hat. Aber Tim bringt natürlich unfassbar Fleisch mit, was unfassbar grainy ist, um mal seine Werte zu benutzen. Kann auch ultra beeindruckend aussehen. Und ich finde, er hat sich auch gut präsentiert. Also von da gönne ich es ihm, auf jeden Fall. Was ich halt noch nicht ganz verstehe, ist, dass sie dann bei Tim und Roman Richtung halt Härte und sowas gewertet haben. Aber dann bei Regan und Nathan irgendwie genau andersrum. Weil da ging es dann vielleicht eher doch um die Linie oder den Körperbau, den sie mitbringen. Das war politisch. Also ich glaube, es war eine politische Entscheidung, dass die Nathan und den Regan auch auf dem Olympia haben wollten. Ja. Das ist für mich irgendwie safe. Keine Ahnung. Also ich kann mir das nicht anders erklären, weil... Finde ich auch. Ich verstehe auf Nathan, der Ascher, dass der sich da so angepisst fühlt. Der kam zweimal härter. Also er war beide Male härter wie Regan. Ja. Und gewinnt das eine Mal und dann verliert er das andere Mal. Dann müsste mir auch erst mal einer erklären, ey Leute, ich war jedes Mal härter. Er hat sich nicht so gravierend verbessert. Und wieso gewinne ich und wieso verliere ich? Ich meine, es sind auch, glaube ich, 7.500 Euro Unterschied oder so. Vor allem Regan war nicht härter als in Mailand. Nein, nein. Der war weder besser noch schlechter, fand ich. Also ich fand schon, dass er eine Form von Mailand zu... Klar, bei Alicante war ich nicht vor Ort, aber ich fand, die Form war schon besser gewesen. In Alicante jetzt. In Mailand habe ich echt gesehen, er war sehr, sehr flach. Also die ganzen Zeitlinien, Bosen, die Brust, hat überhaupt keinen Pop gehabt. Ich weiß nicht, was sie da getrieben haben, aber auf jeden Fall... Hat das wer mitgekriegt? ...war überhaupt nicht da. In Mailand soll der eine allergische Reaktion gehabt haben, hat mir irgendwer erzählt. Hat das wer mitbekommen? Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wer es mir geschrieben hat. Habe ich nicht gehört, weiß ich nicht. Nein? Scheiße, jetzt müsste ich es mal raussuchen. Irgendwer hat mir geschrieben, dass der Regan nach der Farbe eine allergische Reaktion hätte und total viel Wasser gezogen hätte wohl. Ja, total geschwitzt Backstage. Also das erlaubt uns mir, weil ich war ja mit Roller und so da gestanden. Also kannst du mich bitte einmal kurz abrollen und so. Der kam die ganze Zeit, der Farbe ist die ganze Zeit gelaufen und gelaufen. Also ich bin auch dafür, ich hätte Nathan jetzt auch in Alicante, habe ich ihn vorne gesehen, weil er einfach diese Runde, die zwei Rückenposen hätte ich ihm Regan gegeben, aber alle anderen einfach krass nähten. Ja, aber ich sehe, ich habe zumindest gedacht, dass er Regan sich verbessert hat. Und ja, klar, natürlich, er bringt halt extrem viele Zuschauer, er ist ein populäres Gesicht und bringt halt viele Leute zur Olympia. Deswegen wahrscheinlich, ja. Gerade wo wir es sagen, jetzt muss ich fast schon, also ich sage jetzt nicht revidieren, aber wenn jetzt mich einer fragen würde, hä, weil Regan hat ja auch eine richtig schöne Linie und Nathan auch. Ich finde sogar die Linie vom Regan schöner, weil der Nathan so eine spezielle Linie hat. Der ist freakiger. Genau, aber der Unterschied ist, die haben beide eine sehr, sehr schöne Linie und dann ist es halt speziell, welche Linie man schöner findet. Nicht, dass jetzt einer sagt so, aber bei Tim ist es einfach, da gefällt mir halt mir persönlich die Linie nicht, weil es halt so ein gedrungenes Erscheinungsbild ist. Auch eine andere Linie, aber in meinen Augen Nathan und Regan beide eine schöne Linie, wo ich sogar beiden dann auch mal switchen würde, wenn die Form passen würde. Aber ja, keine Ahnung. Wenn sie nur nach Härte gegangen wären, dann hätte ja Tim eigentlich auch vor Regan gehört. Ja, genau. Wo kann man sie auch sehen dann, ne? Wenn man die switchen würde wegen der Härte, aber ich fand bei beiden... Das wäre immer so ein Zusammenspiel eigentlich, finde ich. Und dann muss man schauen, wo ist der eine jetzt schlechter, wo ist der andere jetzt besser, wo kann man da Punkte abziehen für oder sowas und ja, deswegen... Ey, und der, ähm, ah, Ben, der hat so ein Video gemacht. Ich habe vorher noch nie drauf geachtet. Es waren aber alle Punktziffern immer exakt gleich. Kann mir das nochmal einer hier irgendwie erklären? Die Scorecards? Alle Scorecards, alles durch die Wand weg gleich. In Alicante nicht. Nee, Alicante nicht. Mailand vielleicht. In Mailand. Ja. Aber in allen Klassen. Echt? Da wird die Leidung gestrichen. Ja, natürlich die beste und die schlechterste Wertung wird gestrichen und dann, alle anderen waren sich halt dann einig, ja, oder haben sich besprochen. Das hieß ja auch, die haben die hinterher gemacht, glaube ich. Die miteinander tuscheln und sagen, ja, wie findest du den? Die haben sich dann von der eigentlich abgesprochen, ja. Oder haben sich einfach hingefolgt, was der Hauptkampfrichter gesagt hat, ja. Das machen die oft hinterher einfach. Dass die einfach hinterher, die müssen das noch ausfüllen und dann schreiben die einfach hier drei, sechs, neun, so runter. Also, ah, okay. Also, da hat auch jemand gefragt, ob wir Scork hat es mal erklären können. Das ist im Prinzip so, da sitzen fünf Kampfrichter und die beste und schlechteste Wertung wird gestrichen. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel auf eins sitzt, dann kriegt er einen Punkt. So, und wenn jetzt dann die drei Kampfrichter, die dann sozusagen die Wertung rutschen, die alle auf eins sehen, dann ist er halt, kriegt er drei Punkte. Es hatten halt wirklich alle drei, also drei, drei, sechs, vier, vier, acht und bla bla bla. Es waren wirklich alle durchgängig gleich. Heißt ja, kein Kampfrichter war irgendwie sich unschlüssig. Aber bei mir damals eine Alicante war es eigentlich klingt. War bei mir damals eine Alicante auch so. Da habe ich mich auch schon gewundert, aber das ist wohl gängig. Also, sehe ich öfter. Die Alicante war es allerdings knapp. Da hat Regan nur mit einem Punkt gewonnen. Ich glaube, vier zu fünf war das, glaube ich. Und der Hauptkampfrichter hat tatsächlich Nathan vorne gehabt. Oh, krass. Hat sich aber der Mehrheit dann gefügt, hat sich überreden lassen, sozusagen. Das hat irgendwie kam bei Fuert nochmal raus im Podcast, haben die drüber gesprochen. Das war nicht eindeutig, aber ist natürlich ein fader Beigeschmack. Ihr habt alle schon gesagt, irgendwie so ein bisschen Politik mit. Und dann ist halt so die Frage, muss man sich das dann wirklich noch so geben, sich darauf vorzubereiten und so weiter. Weil jetzt schon die nächsten Insider behaupten von wegen, ja, der Theo wurde schon für Frankreich in Startposition gebracht, dass der dann Frankreich sozusagen gewinnt, weil er jetzt Vierter wurde. Und dann kann man es rechtfertigen, dass er nachher gegen Tim gewinnt in der Heimat. Und naja, es gibt ja wieder die wildesten Theorien gerade. Tim und Roman sind alle schon geschrieben, ne, für Schögo Classic. Was? Tim und Roman sind alle schon eingelistet, glaube ich, für die Schögo Classic. Ja, Mike auch. Theoretisch kann Tim sich sogar noch qualifizieren. Theoretisch, wenn die denn wieder so werten. Ja, wenn Nathan und Regan nicht kommen, dann wäre er sozusagen, er oder Roman, die Nächsten in der Line. Ja. Das ist halt nur die Frage, ist es jetzt schon so, dass man im Kopf als Judge schon Leute platziert, die man unbedingt vom Olympia haben würde? Ich finde es halt schwierig, weil da muss man keinen Wettkampf mehr machen. Ich glaube, der ist ein bisschen zu krasser Verschwörungstheorie, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, es wird dann schon mal, wenn es knapp wird, so wie in Alicante, dass man dann sagt, ah, der hat die Quali noch nicht, der hat die Quali schon, ja, komm, dann geht man es dem. Gerade wenn es dann so einer wie Regan Grimes ist mit dieser Aufmerksamkeit, die der auch in den USA hat und der Fanbase. Aber das ist ja jetzt nicht so, dass der jetzt nach vorne beschissen wurde, sondern es wurde halt einfach anders gewertet. Also man kann das auch vertreten. Es ist aber, ich finde es jetzt nicht so krass, dass der jetzt einen totalen, ja, total jemand, der total außer Form ist oder sowas, dann auf einmal nach vorne bescheißt und das kommt eigentlich nicht vor für mich. Ja, okay, vertretbar ist es, aber es ist moralisch ja dann schon fraglich, wenn du halt, eigentlich soll ja so ein Wettkampf der Beste gewinnen. Und wenn Nathan dann sechs Wettkämpfe gewinnt in Europa und sechsmal die Leute sozusagen blockiert, dann ist es halt so. Ja, aber das Problem ist einfach, dass das einfach, der Sport ist ja subjektiv, ne? Das ist richtig subjektiv, ja, genau. Und jeder präferiert dann eine andere, Sie sehen es ja auch jetzt bei uns, jeder präferiert dann einen anderen Look oder andere Vorzüge und das ist einfach so ein Bodybuilding. Und ich finde, wenn man Bodybuilding anfängt, dann muss man das auch irgendwie akzeptieren. Ich denke mal, jeder, der hier sitzt, hat schon mal eine Entscheidung gekriegt, die er nicht so geil fand oder wo er dann gesagt hat, ja, komm, das ist Geschiss oder bla, bla, bla. Deswegen, das ist einfach das Spiel und auf höherer Ebene halt dann auch, aber nur, dass es halt mehr Leute beobachten. Wenn du jetzt beim NAC ein bisschen mal nicht zufrieden mit deiner Platzierung bist, weil du es anders gesehen hast oder deine Freunde oder so, dann ist das natürlich nicht so, wie wenn das jetzt auf so einer Ebene passiert, dann auch noch mit dem Geld und alles. Das ist dann natürlich schon nochmal so ein bisschen der Beigeschmack, aber ich, also das ist meine Einstellung, dass ich damit irgendwie mich zurechtgefunden habe, und dass das im Sport einfach, also in dem Sport einfach so passieren kann. Ja, schließe ich mich wahrscheinlich an Kevin an. Wenn mal so eine Entscheidung mal mega knapp ist, und sie war ja jetzt, sie sah ja auch gut aus, ne, ist eine super Form und super Rücken und alles, ne. Und deswegen schließe ich mich da Kevin an. Ich denke, wenn sowas knapp ist, dann kann es mal so, mal so gehen. Und ja, die Kampfrichter hat dann vielleicht mehr Bock auf den Look jetzt und so. Ich will da auch nicht direkt jemandem was unterstellen, das wäre natürlich auch falsch, aber ich kann mir vorstellen, dass sie dachten, okay, es ist ungefähr gleich. Der ist noch nicht, der schon. Und ja, passt schon. Was mich noch mega interessieren würde, wenn jetzt so der rein theoretische Samson Dauder einfach sagt, er macht alle europäischen Wettkämpfe mit und rasiert da komplett. Glaubt ihr das irgendwann auch, dass die so sagen, so, Digga, jetzt gehst du mal auf den Zweiten, damit ein paar andere noch zum Olympia dürfen, oder? Die können sich auch nicht blamieren, die müssen da schon taktisch vorgehen, wie komplett eindeutig ist. Wenn es so eindeutig ist, ja. Ja, wenn es eindeutig ist, dann können sie sich endlich nichts machen, ja. Wie würdet ihr denn jetzt die Reaktion von Nathan, also mal ganz kurz, wenn als dann Nathan als Zweiter aufgerufen worden ist und Regen Ramp als Gewinner, haben ja auch selbst Roman und Tim die Köpfe nur geschüttelt und haben unglaublich geguckt auf der Bühne. Fand ich relativ witzig, als es verkündet worden ist. Nathan konnte es auch überhaupt nicht fassen und fand es auch gar nicht witzig, hat er ja offensichtlich gezeigt auf der Bühne. Wie findet ihr die Reaktion von Nathan? Angebracht, angepisst zu sein, oder findet ihr das unsportlich? Menschlich. Ja. Er hat sich ja immer noch respektvoll verhalten, in einem gewissen Maße, oder? Ich habe jetzt nur nicht so viel gesehen, aber... Er hat irgendwie noch auf die Kamera oder da so hingezeigt und hat dann nochmal so eine Maus maskular gezogen, um zu zeigen, dass er die Eins ist. Ich finde, das ist noch im Rahmen und das ist auch menschlich und... Ja. Sehe ich genau. Er ist aber auch so ein Typ, weißt du, der hält nicht die Fresse. Weißt du, noch die Videos aus der Corona-Zeit, wo der vor seinem Gym dann da von den Bullen zusammengeschlagen wurde, weil er einfach nicht aufgehört hat. Und ich glaube, das ist auch einfach so ein Typ. Und ja, mein Gott. Also ich habe auch schon mehrere Leute gesehen, die auf Amateurebene ausgerastet, sondern im Pokal zerdeppert haben und auf die Bühne geschossen. Da war vielleicht nicht was. Da gibt es die wildesten Stories. Also da ist für mich so eine Reaktion noch relativ professionell. Ex-Hedge ist bei mir auch schon im Pokal geflogen, weil ich ein bisschen unzufrieden war. Weil der Pokal so hässlich war. Genau. Scheiße. Ich wollte Gold. Da steckt ja unnormal viel Arbeit drin und unnormal viel, ich sage mal, ja, Herzblut, was man da reinsteckt, wenn man sich in so einer Form irgendwo hinstellt. Weil denen auch noch richtig viel Geld, der kriegt bestimmt noch Bonus und so von seinem Sponsor, den Platz mehr besser macht und so. Den geben vielleicht irgendwie 10.000 Euro durch die Lappen und das... Genau, asozial finde ich nur dieses Wegdrehen oder keine Pose mehr machen oder von der Bühne gehen. Ja, oder keinem die Hand geben oder irgend sowas. Genau, aber wenn man da, ich zeige dir, ich bin die Eins und ziehe nur Maus Maskula und alles cool. Man kann sich auch mal ein bisschen lauter beschweren, dann schüttelt man die Hand und sagt, ey, alles gut, ich meine nicht dich. Regen kann ja am wenigsten dafür, jetzt gehen die Leute auf dem Regen los, online und so. Ja, der kann auch nichts dafür. Lassen doch seinen Gewinn jetzt, der kann auch noch seine Bestform hinstellen und der tut mir dann auch ein bisschen leid. Ja, der richtig cool reagiert hat. Ich weiß gar nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Warte mal, der Hasan Mustafa, verbessert mich, wenn ich den Namen... Nee, tatsächlich richtig. Hasan Mustafa, was? Mustafa. Der hat ja sogar so einen Post noch gemacht, also hier immer mit Allah und wenn ihr Sportler seid, dann gönnt ihr dem Sieger den Sieg. Es ist alles richtig so und da haben sie ja sogar auch, die ganzen Fans haben ja geschrieben, du wurdest beschissen, das war dein Sieg, das war alles Fake und bla bla bla. Ja, also ich verstehe es. Im Nachhinein muss man aber trotzdem dann, so wie Kevin das sagt, immer noch irgendwie auch verlieren können. Also man darf dann da nicht, keine Ahnung, dem Gewinner irgendwie nicht die Hand schütteln und da einen auf den IWA machen. Also aufregen, alles cool, mal einen Pokal an der Wand wichsen, ist auch okay, aber dann gratulieren und besser machen wieder, ja. Ja, aber hinter verschlossenen Türen am besten das alles so. Ja, ich glaube ein, zwei haben es gehört, aber ja. War das nicht auch letztens, vor einem halben Jahr oder so, wo der Typ die Way-Dinger da ins Publikum geschmissen hat? Ja, weggetreten, ne? Ja, also weggetreten, reingetreten. Das ist schon echt eklig. Sorry, ich habe noch was zu sagen. Ja, ich wollte gerade so eine Geschichte anfangen, aber ich glaube, da können wir einen ganzen Podcast mitfüllen mit so Geschichten, wie irgendeiner hinter der Bühne mal ausgerastet ist oder sowas. Da fallen mir gerade so geile Situationen einfach, also nicht mal von mir jetzt, weil ich, komischerweise, ich habe mich da immer im Griff und schluck es dann runter und reg mich dann so beim Essen, dann reg ich mich nochmal ein bisschen auf, aber das war es dann. Aber da gab es schon welche, die da beim Afroim so, also Westdeutsche oder sowas, da gab es schon Typen so. Die Vormeisterschaft sind Stühle geflogen und so eine Scheiße. Digga, da war doch, boah, das war 2016, pass auf. Da war ich auf der Westdeutschen und habe da einen Kumpel betreut quasi, der angemalt und dies und das. Und da war der Leo, der Leo war mit Proton da und da war dann so ein komischer Typ, Alter. Und der hat dann, der hat sich dann angefangen, angefangen zu streiten mit den Proton-Leuten. Und dann hat der von den Proton dem irgendwie auch eine Schelle gegeben oder sowas. Und jetzt pass auf, ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst oder ob ihr das mitbekommt. Das weiß ich noch. Ja, und dann draußen, dann gab es, dann hat der mit der Strotflinte auf den Gewalt. Ach, das weiß ich auch, eine Schießerei, ja. Hat den Proton-Mitarbeiter abgeknallt, Alter. Das weiß ich noch, ja. Der hat überlebt, aber der war schwer verletzt. Und ich weiß noch, Anton, die hat das irgendwie gesehen oder keine Ahnung, hat den da auch erst versorgt. Und der war dann auch die halbe Nacht bei der Kripo gesetzt. Und, ja. War der noch dort Deutsche? Nee, es war Westdeutsche. Westdeutsche war der Deutsche. Das weiß ich auch noch. Hundertprozentig, Donne, hundertprozentig. Ja, okay, weil ich war auch da. Ich habe es auch noch gekriegt. Du machst ja mit der Strotpinte. Leider. Schau, so eine Löcher. So eine Löcher, so eine Löcher. So eine Löcher, ne? Ja, so ein Iroh, glaube ich, hatte der, ja. Und dann haben sie den drei Tage später, haben sie den Täter, also den Schützen quasi gefunden, im Wald, in seinem Van. Ja, der ist nach Hause gefahren, hat eine Knarre geholt und ist wiedergekommen irgendwie, ne? Nee, nee, der hatte die im Auto. Der hat gewartet. Der hat den Auto geholt, hat gewartet und hat ihn abgeknallt. Stimmt, ey. Wegen der Farbe, weil die Farbe angeblich daran schuld war, dass er verloren hat. Dabei hat er so scheiße ausgedehnt, der Typ ist unglaublich. Also, nee, ist noch gut reagiert. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja. Und der Kumpel von mir, der hat dann damals den Gesamtsieg gemacht. Und ich war da dann so drin und alles und habe das gar nicht mitgekriegt, so was da passiert ist. Weil ich so irgendwann da reingekommen habe und gesagt habe, hey, da draußen hat einer rumgeknallt. Und ich dachte so, hä, ja, mit Böllern oder was so, ne? Und dann sind wir da raus, ich und meine Ex-Sonne damals. Und dann war alles abgesperrt, alles Kripo und Bullen. Alter, jetzt schnell weg, nenne ich das, die uns auch noch einsackt, nur mitten zum Verhör. Ja. Richtig, das ist gut. Das war eigentlich die krasseste Geschichte, die ich mitgekriegt habe. Krank. Nathan, alles gut gemacht. Alles gut, Nathan. Wie dem Leben passt. Das ist scheiße. Wie bewertet ihr denn die Performance unserer deutschen Jungs auf beiden Wettkämpfen? Also sowohl von Roman, Tim, Mike, als auch natürlich Dennis. Ich fand, Mike wurde übersehen in Alicante, also total. Ja. Ich fand, Mike hat sich deutlich verbessert im Vergleich zu Italien. Also da war er ja so ein bisschen zugelaufen, hat ein bisschen gespillt. Und diesmal war er eigentlich richtig gut in Form, fand ich. Hat er auch Streifen im Arsch und sowas. Und die Platzierung war ja viel schlechter. Also das habe ich gar nicht verstanden. Ja, das war nie ohne Ende. Der Frame, der hat sich zum Beispiel in der Front-Latz-Platz, die ist halt... Ja, ich dachte, zweiter Callout auf jeden Fall. Aber der war ja im Dritten erst und dann auch ganz außen und Dennis auf der anderen Seite außen. Ja, also das habe ich zum Beispiel gar nicht verstanden. Also Mike hat sich enorm verbessert, fand ich. Tim hat sich auch verbessert, ist halt härter geworden und Posing verbessert. Roman hat ungefähr dasselbe Paket nochmal gebracht, würde ich sagen. Also hat es bei beiden gut ausgesehen. Und Dennis hat es auch bei beiden irgendwie gleich ausgesehen. Also habe ich auch keine krasse Veränderung gemerkt, ehrlich gesagt. Vielleicht sieht man das anders. Ingo, du warst der Hautnaber, der ist mit dran. Nee, ich sehe es genauso. Also ich habe auch nicht viel hinzuzufügen. Also alles, was Martin gesagt hat, sehe ich ganz genauso. Wie gesagt, bei Dennis war ich natürlich hautnah mit dabei. Und beim ersten Wettkampf hat er auf jeden Fall da am Wettkampftag ein bisschen zu viel gegessen. Haben uns hier noch dann mal bremsen. Und habe gesagt, hey, meinst du, es bringt jetzt noch was hier noch weiter zu futtern und so. Und dann hat er dann auch gehört. Aber da war dann das Kind schon ein bisschen in den Brunnen gefallen. Da war der mit der Partie schon, konnte er nicht mehr so gut drin behalten. Und dann hat man auf der Bühne auch gemerkt, dass er da der ganzen Post und so auch in den Transitions wieder raushängen hat lassen. Und auch an den Bühnenrand ist er dann einfach so. Also hat er einen Bauch raushängen lassen und so. Hat man natürlich gemerkt und hat man auch, glaube ich, hat ihm auch was gekostet. Und ja, ansonsten, Mike, seine Performance, also ich muss dazu sagen, die Bilder oder die Videos, die ich von Mailand gesehen habe danach, die Leute sahen deutlich schlechter aus, als sie in Wirklichkeit waren. Also die Form von Mike war auch sehr gut in Mailand. Sehr voll, sehr rund, also sehr Volumen, sehr viel Volumen, die hatte er gehabt. Natürlich nicht ganz so tief, wie ich das jetzt in Alicante gesehen habe, aber da hat ihm auch einiges an so Wow-Faktor im Oberkörper als Gefühle in Alicante, wo er in Mailand hatte. Ist natürlich so ein bisschen ein Trade-off, was willst du jetzt haben? Vielleicht ist er deswegen ein bisschen besser aufgefallen, weil er hat natürlich obenrum einen richtig großen Frame. Und den muss man erstmal zuflastern mit Fleisch, ne? Wenn er jetzt da in Alicante, da waren dann die Arme wieder ein bisschen dünner und Brust und alles ein bisschen alles dünner, aber bei einer Ultrativ und so, das war ein richtig kleines Paket. Denke ich, hätte sich natürlich gegönnt, dass er weiter vorne gekommen ist, 13. Platz. Habe ich jetzt auch so nicht gesehen. Ja, ansonsten, wie gesagt, Roman und Tim haben wir gut gesagt. Bei Dennis ist halt sein Problem, most muscular, front large spread, side chest, das sind richtig starke Posen, da haut er alle von weg. Und wenn er halt dann, seit hier drüht, das ist auch noch gut, aber wenn er den Doppelbeatser so vorne oder Doppelbeatser von hinten macht, da fehlt ihm halt hier das Fleisch im Tätis, ne? Und da haut sich mal ab. Posen ist auch nicht 100% sicher, ist ein bisschen wackelig und hier die Posen nicht 100% besonders beim Doppelbeatser zu finden, da lehnt er sich ein bisschen zu weit zurück, da macht er sich klein. Da ist auf jeden Fall auch Potenzial nach oben. Ja, das hat ihm dann auf jeden Fall die Plätze gekostet. Ja, aber ansonsten fand ich auch rundum, war von allen Jungs eine gute Performance, ne? Ich hätte mir den Dennis ein bisschen härter gern gewünscht, einfach von Haus auf. Die haben natürlich zum Schluss versucht, ein bisschen Wasser zu drücken und so. Ich hätte von Anfang an halt einfach geschaut, dass die Haut extrem dünn ist, dann muss man halt nicht so viel versuchen, letzte Sekunde zu machen, aber hätte natürlich auch anders ausgehen. Ich meine, es war ein gutes Paket, dann ordentlich, aber wenn man halt von Anfang an komplett fettfrei ist, dann muss man halt da erst gar nicht versuchen, irgendwie mit einer, irgendwie, ja, letzte Sekunde irgendwas rauszuholen. Ich glaube, da ist man meistens besser bedient, da war der Mike, glaube ich, besser on point. Und ja, aber im Großen und Ganzen haben die Jungs sich alle gut präsentiert und massiv. Deutsches Bodybuilding, also ist wirklich Weltspitze, ne? Also die können ganz vorne mithalten und was ich extrem geil fand, es waren ja auch richtig viele Zuschauer aus Österreich, Schweiz, Deutschland und man hat gemerkt, es war einfach eine riesengroße Community, egal von welchem Sponsor, egal von wem. Man hat sich die Hand wie jemand gequatscht und das hat einfach extrem viel Spaß gemacht. Man hat echt gemerkt, dass die Leute da echt gut zusammenrücken und jeder den anderen angefeuert hat. Und das macht echt Spaß, ne? Nicht hier gegen jeden, sondern das war echt eine riesengroße Community und war echt eine coole Erfahrung. Ich freue mich, wahrscheinlich werde ich dann in Brau oder bei einem von den Wettkämpfen auch auf jeden Fall mit vor Ort sein und da freue ich mich wieder drauf, ne? Besonders bei Kevin dann am Start ist oder ich glaube andere wollen auch starten und so. Ich freue mich drauf. Thomas, du noch was zu ergänzen? Nein, meiste Potenzial für mich ganz klar, Mike. Ja. Ja. Also was er auch für den Sprung gemacht hat von dem letzten Jahr. Ich habe letztes Jahr gesehen, auch im Park auf der Bühne und jetzt er wieder auf der Bühne. Da ist richtig was passiert, ne? Ich Backstage hat ein paar Posten für mich gestellt und da habe ich schon gesagt, okay, weil ich habe beim Chat gesagt, okay, wenn du dich so ganz verbessert hast, dann entschuldige ich mich bei dir und so. Habe ich dann auch gemacht, weil ich bin da. Das sah heftig aus und einfach geistesgremt und hat den Spaß gemacht, ihn dann so zu sehen und zu sehen, ja, da ist, das ist alles sehr stimmig, das Paket, ne? Ja, er hat von sich selber gesagt, okay, mein Rücken ist eine riesige Schwäche und so. Habe ich so gar nicht gesehen. Arme, ihr. Arme, Arme. Nur Arme, eigentlich. Was sagst du? Nur Arme. Ja, genau. Arme können ein bisschen dicker sein, aber Rücken fand ich sehr monisch. Klar, der kann auch Fleisch besser. Alles kann dicker sein, aber... Die Beine nicht, die Beine nicht. Die sind übel, Alter. Die Beine sind heftig, ja, aber alles in allem brutales Paket und er hat noch so viel Platz oben rum, hat irgendwie 5 bis 7 Kilo sind schwerer gekommen als letztes Jahr, wenn er nochmal irgendwie 3 bis 5 Kilo sind schwerer gekommen und das dann an den richtigen Stellen. Sein Teil ist auch super schmal, also das ist mega. Und der Junge ist auch noch, ich glaube keine 30 oder, ich weiß nicht. 29. 29? Ja. Top, geil, freu mich. Ja. Alle 14 Tage Quatz trainieren, mehr Regulationskapazitäten für den Oberkörper und dann... Ja, Arme. Ich meine, hätte der jetzt schon ein bisschen mehr Namen gehabt, dann wäre er, glaube ich, aus jeweils aus dem ersten oder zweiten Callout fast nicht mehr rauszudenken. Ich glaube, ihm hat einfach noch dieser internationale Name gefällt so ein bisschen. Er ist halt hin, war eine Nobody und dann musste er halt erst mal, sag ich mal, so beeindrucken und dafür hat, glaube ich, so minimal noch diese 3, 4 Kilo im Oberkörper gerade so arme, obere Brustbereich gefehlt, weil von der Condition, von der Linie und ja, generell vom Auftreten her fand ich ihn auch richtig, richtig stark. Posing kann noch ein bisschen verbessert werden, aber Arme halt noch, aber dann hat der Potenzial und er ändert, der Frame, da kannst du den ganzen Erfolg packen. Und der hat auch richtig Bock, also der schadet schon mit den Hufen für die Offseason, er muss jetzt wohl noch 2, 3 Kilo runterdrücken für Frankreich, weil sein Coach dachte, er ist noch nicht ganz fertig gewesen, aber richtige Endhärte kriegen, aber dann, wenn der dann Aufbau macht, ich glaube, das wird richtig knallen nächstes Jahr. Der muss so einen Arm bekommen wie sein Coach und dann läuft die Sache. Das kann man machen. Der muss dann sagen. In der Adresse ist er ja schon. Aber dann muss man ja. Was ich ganz interessant fand, war so die Wahrnehmung danach von den Athleten über ihre eigene Leistung. Ich meine, bei Tim, der hat natürlich direkt das Feedback bekommen von Stefan, von David Hoffmann, von Manuel Bauer, also der hat sich da relativ gut eingeschätzt, fand ich. Von Roman habe ich gar nicht so viel mitbekommen. Der war natürlich erst mal nur froh, er im ersten Wettkampf besser Deutscher gewesen zu sein. Der war sehr glücklich darüber, aber im zweiten wahrscheinlich nicht so oft. Er hat sich auch sehr korrekt verhalten, der Roman. Definitiv. Also da bin ich auch mal gespannt, ob der noch was dazu erzählen wird, was da vielleicht in seinem Podcast wird er vielleicht drüber reden, wie er das Ganze wahrgenommen hat. Mike war extrem selbstkritisch, fand ich. So von dem, was wir gehört haben. Und Dennis hat gefühlt die Welt nicht verstanden, warum er da hinten platziert worden ist. Das fand ich teilweise so ein bisschen, ja, merkwürdig, nenne ich es mal. Der hat sich halt deutlich, deutlich besser gesehen und verschissen gefühlt, zumindest in den Videos, das, was er so in seinen Storys so geäußert hat. Wie habt ihr das Ganze wahrgenommen? Er ist alle so zurück. Irgendwie, ne? Wie habt ihr es wahrgenommen? Wenn der Name Dennis fällt, sagt keiner mehr was. Also ich, für mich hat er sich damit nicht sympathisch gemacht, mit der Art danach irgendwie. Naja. Aber ich, ne, keine Ahnung. Er hat ja auch Riesenpotenzial. Er sieht ja auch super aus und alles. Niemand will den ja jetzt hier schlecht reden. Aber es gibt auch keinen Grund, irgendjemandem schlecht zu reden. Also ich meine, er hat eine super Form gebracht. Er hat gut ausgesehen, meiner Meinung nach. Er hat natürlich noch Schwächen. Er ist genauso ein Neuprofi wie ich oder Domi oder Ingo. Und da braucht man einfach ein bisschen seine Zeit. Und wenn dann mal was nicht optimal läuft in der Vorbereitung oder in der Offseason, mein Gott, dann ist es halt so. Dann entweder du startest, startest nicht. Er ist es gestartet. Er hat ein gutes Paket gebracht. Er braucht sich nicht schämen dafür. Auf keinen Fall. Also ich würde mir auf die Schulter klopfen und sagen, gut gemacht. Ich glaube, das größte Problem ist hier der Kopf. Er hat sich verbessert in gewissen Bereichen. Auf jeden Fall vielleicht nicht so gut. Ich muss ehrlich gesagt, ich fand die Bilder auf Instagram viel versprechender als jetzt die Performance auf der Bühne. Ich finde, das sah viel, viel mehr aus, viel, viel freakiger. Und ich glaube, das hat ihm auch so ein bisschen so einen Arschritt verpasst, dass er halt jetzt auf der Bühne nicht so imposant war wie auf den Videos teilweise in der Most Mascula oder sowas oder auf den Fotos. Und ja, gut. Aber Selbstkritik jetzt im Fall von Mike. Ich bin da auch immer selbstkritisch. Also bei mir ist auch immer alles nie gut genug. Und wenn ich dann die Bilder sehe, dann denke ich mir so, ah, da wäre ja noch ein bisschen was gegangen. Und da wäre ja noch ein bisschen was gegangen. Aber das ist auch, solange man das irgendwie verpackt in seinem Kopf und das auch dann irgendwann mal wieder aufhört, ist es ja auch das, was einen immer noch weiter bleibt. Ich meine, sonst würde man ja nach dem, was weiß ich, ersten deutschen Meistertitel oder ist jetzt nur so dahin geworfen, würde man ja sagen, oh, ich bin der Beste und jetzt kann ich mir erst mal die Eier schaukeln. Aber so ist es ja nicht. Das macht ja jeder immer weiter. Und dann hast du die Pro-Kart und dann geht es wieder weiter. Dann hast du eine gute Platzierung, bist du wieder eine bessere Platzierung und so weiter und so fort. Und das ist ja auch das, was einen antreibt. Also ich finde so Selbstkritik eigentlich sehr gut. Und ich finde Selbstkritik auch immer noch besser als maßlose Überheblichkeit. Absolut. Da kann Mike vielleicht direkt mal selber was zu sagen. Mike, was machst du eigentlich gerade? Stairmaster, oder? Man hört dich nicht. Man hört dich nicht. Falls die auf Spotify zuhören, Mike Ziesler ist gerade dazu gekommen, aber er hat gerade noch... Hallo, hallo? Ja, ja. Jetzt aber nicht. Okay, Entschuldigung. Das ist Dedication. Stairmaster, oder? Alle durcheinander. Was denn jetzt? Wo bist du gerade? Auf den Treppen, auf dem Stairmaster. Erzähl mal, von deiner Sicht, wie ist für dich Alicante und auch Mailand gelaufen? Ja, die erste Show, Mailand. Bisschen kacke, ne? Aber war das erste Mal so eine lange Zeit auf der Bühne. Und Posing unsicher, war unsicher. Form hätte besser sein können. Habe ich aber zu Alicante dann verbessert. Und trotzdem haben die Leute geschlagen, die hinter mir waren. Also ich wurde von Leuten, die hinter mir waren, in Mailand. Und jetzt waren die halt vor mir Alicante. Hast du diese unterschiedliche Wertung verstanden? Wir haben schon drüber gesprochen gerade, aber Mailand wurde ja komplett anders gewertet als Alicante. Ja, wenn ich jetzt wieder... Das ist jetzt nur meine eigene Meinung. Wenn ich sehe, dass ein Dorian oder der Simone vor mir war, dann frage ich mich, ob eigentlich die Judges irgendwie nicht hingeschaut haben. Weil das ist dann... Das finde ich halt ein bisschen persönlich beleidigend dann, dass sie dann noch nicht mal einen Vergleich stellen neben denen. Fand ich halt ein bisschen kacke. Ich war jetzt im Endeffekt eine Minute 30 oder so auf der Bühne. Einmal Vorstellung, numerischer Vergleich, dann kurz aufgerufen, einen dritten Callout von ganz rechts in die Mitte und dann verpiss dich. Also wozu machen die ja mehrere Callouts, wenn du im dritten in der Mitte stehst und nicht in den zweiten geholt wirst? Wir können jetzt gleich sein lassen. Aber heute gerade ist ein Text gelesen von Chris, wo der gesagt hat, dass... Ich dachte, dass ja alle so professionell sind. Ich mag den Chris. Ich weiß ihn sehr zu schätzen, aber was er da geschrieben hat, da stimme ich halt nicht mit überein. Welcher Chris? Welcher Chris jetzt? Zilla. Okay. Zu dem kommen wir gleich auch noch. Er hat einen coolen Text geschrieben. Wie gesagt, ich hab ihn gern, sehr sympathisch. Er hat zu 99% Rechnen mit dem, was er schreibt, mit dem Text aber nicht. Wieso magst du mal drüber reden? Ja, weil das so ein bisschen ist, wenn du, das ist jetzt nicht Olympia oder so, aber wenn du da 24 Leute auf der Bühne hast, die einfach so durchpaukst und nicht jedem die Zeit gibst, dich irgendwie nach vorne zu kämpfen. Wie in Mailand, wie du spielst Dennis, der war, glaube ich, im dritten oder vierten Callout oder so in Mailand, wurde dann in die Mitte in den nächsten Callout, dann in die Mitte verglichen. Da wurde halt nicht so durchgereicht. Und das fand ich halt dann irgendwie für den Athleten schon fairer und da hat sie so ein bisschen mehr Wertschätzung, dass sich die Judges auch angucken. Vielleicht haben die ja einen auch in Palikante angeguckt und gemeint, na gut, der ist scheiße, der gefällt uns nicht. Aber hast halt eher das Gefühl gehabt, dass das alles nicht zu langweilig war. Ich bin ein bisschen langsam gewesen in meinem Posen so bei der Vorstellung. Hab die Judges dann angeguckt, Blick ging runter, die haben sich nicht voll interessiert. So als ob man da so auf die Namen geachtet hätte, die schon so ein bisschen bekannter sind. Ist aber keine Ausrede. also um Gottes Willen. Ich war mit meiner Form zufrieden. Ich kam besser. Jetzt in Frankreich komme ich noch besser. Vielleicht wollen die einfach einen noch härter sehen. Dann sehe ich jetzt ja in Frankreich. Dafür mache ich jetzt alles. Wenn sie da nichts wird, mein Gott, dann habe ich halt abgekackt. Großes Maul gehabt, dass ich die Top-5-Platzierung mache und abgeschissen habe. Damit kann ich leben. Da wische ich mir den Mund ab und dann arbeite ich weiter. Witzig, genau das, was wir gerade gesagt haben. Sehr selbstkritisch, obwohl er sich extrem verbessert hat. Ja. Ja, aber so muss es, genau so muss es sein und wenn es dann halt so ist, dann geht es halt wieder von vorne los und dann macht er weiter. Ja, kannst du machen. Ich weiß ja nicht, über was ihr vorher schon gesprochen habt oder nicht. Ich wollte auch nicht jetzt einfach so reingrätschen. Tut mir leid. Wir waren genau bei dem Thema so. Also gerade, was so die Reaktionen der einzelnen, ich sage jetzt mal, deutschen Bodybuilder auf ihre Platzierung angeht. Und ja, da haben wir dich eigentlich richtig eingeschätzt. Ja. Wird dann gesagt, dass du recht kritisch warst mit dir selber, dass Tim sich an die Meinung der Leute gehalten hat, die ihn auch begleitet haben. Er hat ja sehr, sehr viele Meinungen gehabt. Roman eher stillschweigend war und Dennis halt die Welt nicht verstanden hat. Und genau so war unsere Einschätzung. Da kamst du eigentlich rein. Ich denke, der letzte Herr hat also einige nicht verstanden. Das war also, glaube ich, einen Punkt zu bringen. Ich war, ja, überall vor Ort gewesen. Tim brutal. Jetzt die letzte Form hier gebracht hat. Richtig schön, richtig voll. Ich muss ja dazu sagen, der Stream jetzt in Alicante war viel, 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 viel besser als der in Magdalen. Und wen ich immer noch nicht mag, dann sage ich auch hier öffentlich nochmal, wer überhaupt keine Ahnung von Berichterstattung hat, ist Ben Hüllen. Was der da für eine Scheiße labert, wenn er sich den Stream anguckt, egal ob ich Scheißbeine habe, die nicht geteilt sind oder Arme oder sowas, aber auch zu den anderen Athleten, was der da für einen Scheiß erzählt. Alter, er hat gesagt, du hast Scheißbeine. Ja, nicht geteilt und nicht durchgestreift und keine Trennung und so. Man, Digga, weiß ich selber, aber der guckt sich einen Livestream an. Eigentlich als erfahrener Athlet müsste der wissen, dass doch ein Livestream immer noch anders aussieht als im Echtalter. Und dann waren Athleten, die brutal aussahen und der rei, der redet in der Tacke, da kann ich irgendwie nur am Kopf fassen. Der Typ ist für mich, Alter, das ist eine Pfeife vom Herrn, was der da erstattet. Und die Leute geben mir auch noch recht. Ich habe jetzt ein Video von dir Backstage gemacht, wo du einmal kurz gepostet hast. Michelle hat so geistegegenwärtig mal ein Video von dir gemacht, wo du dir eine Rückenpose gestellt hast. Und die habe ich ja dann extra einen Retransfer in die Gruppe geschickt, damit man einfach mal sieht, wie gut deine Form eigentlich war. Die war nicht so gut, wie in der Alicante, keine Frage, aber da braucht keiner sagen, dass du irgendwie nicht in Form warst oder sonst was. Und wenn man die Livestream dagegen angeschaut hat, die Bilder, das waren halt Welten. Also der Roman sah sehr, 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 sehr gut aus. Und er sah auf dem Livestream auch gut aus, aber nicht so wie ein Echt, Alter. Also der Livestream in Mailand wurde keinem einzelnen Athleten gerecht dort. Jetzt, wo du vor Ort warst, noch mit den Jungs auf der Bühne standst, kannst du die Platzierung von Roman und Tim und die Platzierung von Nathan und Regan nachvollziehen? Meinst du, dass Tim vor Roman ist oder dass Tim hätte auch vor die Wer war denn der Viertplatzierte nochmal? Theo. Nein, die Kante. Theo, stimmt. Ja, das ist so ein bisschen schwierig. So ein bisschen Epsilon-Bürnen-Vergleich. Der Roman ist halt ein komplett anderer Typ als der Tim. Ja. Und Tim war, das ist auch wieder meine Meinung, voluminöser, brutal hart, hat einen Ticken besser gepost diesmal als Roman und ich denke, das war einfach nur Geschmackssache von den Judges, dass sie den Tim da weiter vorne gesehen haben aufgrund seines Looks. Hättest du da vielleicht vier andere, fünf andere hingesetzt, hätten die gesagt, uns gefällt der Roman besser. Aber an dem Tag, an dem Abend, war es definitiv verdient für den Tim, dass der dort so platziert wurde. Hundertprozentig. Was aber nochmal ein riesen Unterschied ist, ist Regan und Nathan gerade von hinten da. also Rückenposen, Backposen da von Tim, das ist, da kommt halt keiner ran. Ja. Und Tim? Von Nathan und Regan, die Rückenposen, sind so stark, da kommt der Tim halt nicht ran. Nee, aber wie hast du jetzt die Beziehung von Nathan und Regan wahrgenommen? Weil Nathan war ja nicht ganz so happy mit der Entscheidung. Ja, der war jetzt nicht happy gewesen, aber das ist genau das Gleiche, wie wenn du Tim und Roman vergleichst. Also du kannst da zufrieden mit sein oder nicht, ich fand sein Verhalten unsportlich. weißt du, die deutschen Fans, die regen sich immer darüber auf, wenn du hier irgendwas sagst, irgendwas machst und sowas und der Nathan stellt sich auf die Bühne, zeigt auch den Bauch von Regan und schüttelt mit dem Kopf und sowas, deutet darauf hin, was der für eine scheiß Bauchpartie hat, Mittelpartie hat, was für bessere Beine der hat und sowas. So eine Psychospiele rein und an dem Tag war es genauso, dass die Judges halt den Regan vorne gesehen haben und das war ja eine sehr knappe Entscheidung. Da gab es ja, glaube ich, nur zwei Punkte. Da war ja die Meinung getrennt. 2-2. Und der Head Judge hat sich dann für den Regan entschieden. War der Rücken besser in Form wie in Mailand? Oder war Nathan schlechter in Form wie in Mailand? Schwierig hier zu beurteilen, weil ich das ja natürlich jetzt nur von hinten alles gesehen habe. Weil es muss ja eine Begründung geben, die zu tauschen. Deswegen verstehe ich schon, dass man dann angepisst ist. Genau wie du angepisst. Ich denke, dass du jetzt gegen zwei verloren hast, die du vorher geschlagen hast. Ja, ja. Ich denke, dass bei denen halt das Level also ziemlich nah beieinander war und ich angepisst sein kann, weil ich mich halt deutlich besser fand, auch als den Wladimir Biruk, oder wie der hieß, der in den ersten Callout kam, wo ich mir so dachte, du, eigentlich bin ich der bessere Athlet, in der bessere Form. und bei denen aber, bei Nathan Reagan, da richtig der eine über den anderen auffuhr, da wie auch immer, obwohl die halt ziemlich nah beieinander waren. Das heißt, du hättest die Platzierung so geben können und wer sich andersrum gefallen, hätte auch keiner gemeckert. Ich denke, das Kontroverse an dieser Entscheidung ist jetzt einfach nur, dass Nathan davor gewonnen hat, jetzt Reagan und die das darauf schieben wollen, dass er schon die Olympia-Quali hat. Ja. Das ist der einzige Grund, meiner Meinung nach. Aber hättest du es so oder so rumgeben können, das wäre beides okay gewesen. Aber hättest du es dann wahrscheinlich auch in Mailand schon so oder so rumgeben können, meinst du, ne? Genau, ja, genau. Richtig. Also so ein gravierender Unterschied war das von den Formen jetzt ja nicht, da bei den beiden. Weil so Foto und Stream kamen Nathan auf jeden Fall beides Male deutlich härter rüber wie Big Crimes. Ja, auf der Bühne von hinten sah der Nathan schon besser aus und vom Arsch gerade her auch. Das meinst du, die Gegner? Rücken-Arsch-Party von hinten. Allerdings kommt da jetzt wieder dieser Hate wegen seinen unteren Injektionsstellen. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt oder nicht. Ah, nee. Nee. Nein? Nee. Auch schon wieder richtige Hate. Müsst ihr mal gucken. Habe ich heute dazu geschickt bekommen. Da hinten in der Latt- oder Doppelbietepose hat er unten am Ansatz so eine zwei fetten Gnubbel. Aber richtig fette Dinger. Aber wir spritzen in den Ansatz. Wollte ich gerade sagen, wir spritzen in den Ansatz. Musst du seine Frau fragen, wenn er das jetzt hier hat. Keine Ahnung. Selber wird er da nicht rein initiiert haben. Geht doch weh. Ich glaube, bei der Menge an Ölen, die die benutzen, mit dich. Musst du solche Stellen aussuchen dann. Okay, krass. Man muss überall rein, ne? Wo hast du das gesehen? Wo sieht man es? Ich schicke jetzt mal in die Gruppe. Ja. Mach später. Mach mal nachher. Mach mal nachher. Nachher, ja? Ja, ja. Mach nachher. Okay. Würden Nathan und Regan dann noch in Frankreich starten? Wahrscheinlich nicht, ne? Regan kommt nicht. Nathan schon. Tim kommt. Roman kommt. Ja. Ach krass. Nathan startet in Frankreich. Laut Aussage, die vor Ort kommen wurde, ja. Dann bin ich ja mal gespannt, ob sie das Nathan geben werden, weil das war ja schon ein deutlicher Unterschied, oder ob dann irgendwie doch ein Tim Budesheim oder ein Theo gewinnt. Das können sie eigentlich nicht machen, ne? Jemals. Jemals. Ich würde es Tim gönnen, wirklich. Ja. Aber. Gegen Nathan nicht. Leider nicht. Von Hesden alleine irgendein Unterschied noch. Ach, dann hätten wir auf jeden Fall die Kontroverse hier von wegen Nathan hat schon Olympia-Quali und deswegen hat Tim gewonnen oder deswegen hat... Ja, ja. Dann holt er die Schrotfilter auf jeden Fall aus dem Öffekt. Noch einen weiteren, den wir auf jeden Fall ansprechen müssen in Alicante ist Wesley Wissers. Geiler. Sagt krass aus, oder? Ja, Mann, Alter. Ich habe den live im Gym gesehen. Live im Gym habe ich den gesehen. Auf Pump, so ein bisschen. Den hat Stefan da... Brutal. Das ist ausgedeckt, ne? Wie Arnold. Wie Arnold finde ich so in New School-mäßig. Also so, die Beine sind ein bisschen härter und ein bisschen besser. Der hat... Brust, Bizeps und so wie Arnold. Der hat seine Rückenpose dahingestellt. Da würde ich mal gerne wissen, wie der so eine Scheiß-Frei-Tänge kriegt hat, Alter. Das Ding ist... Da war ein Finsternis dann im Gym, ne? Ich glaube, der ist 2019 Profi geworden, wo ich gegen Mike Sommerfeld verloren habe in London. Ja. Und der hat so einen ganz, ganz krassen, hohen und weiten Lattansatz irgendwie. Aber der Typ sieht einfach so classic aus, für dich. Ist es so... laut ist es classic in meinen Augen. Ja, aber was ist denn classic? Weil du so denkst, eigentlich soll classic ja sich an den 70ern orientieren. Eigentlich ist ja Arnold Schwarzenegger classic. Ne? Und der Typ sieht ja aus wie ein Ebenbild davon. Das heißt eigentlich... Ich glaube, der wird niemals gegen gute Leute, also ich sag mal so, in die Top 5 kommen, weil der ist zu extravagant. Das wäre jetzt genau meine Frage gewesen. Glaubt ihr jetzt, wo Fabian ja auch weg ist, dass er dieses Jahr die Top 5 knacken kann? Wesley? Das glaube ich nicht. Leider nicht, aber ich würde ihn da reinsetzen, aber ich glaube nicht, dass er da... Ich glaube, der ist zu jenseits von dem Look von allen anderen, die vorne halt immer in den Top 5 sind. Gegenüber überlegt noch? Ja, der ist so ein bisschen so... Er ist schön weit ausladend im Oberkörper, aber so ein bisschen kantig. Ich kann es nicht beschreiben, aber sein Look ist so ein bisschen anders. Ja, ja. Sponsor ist so schön rund und ja, so mega schmal. Also das ist halt ein bisschen anderer Look, ja. Der float, der float mich so, der Körper. Fabi von Urt oder so. Bisschen abgehackt. Das ist halt so eine Ecke. Also keine Ahnung. Geil. Da habe ich genau so gesehen. Irgendwas passt nicht. Er sieht super aus. Mega geil, aber nicht so wie bei Mike oder Fabi oder Urs. Ja, wie Ingo sagt. Ich bin gespannt. Nächstes Wochenende ist ja auch die Dubai Classic, wo unter anderem auch Rav Diesel wieder starten wird. Was die auch noch qualifizieren. Ich bin gespannt, wie der zurückkommt, wie Brion zurückkommt. Wir sind im neuen Weight Limit. Ja. Und wie sich unser Chris Ziller schlagen wird. Denn Chris hat sich die Olympia-Quali geholt. Ja, crazy, Alter. Gar kein Mensch hat irgendwas mitbekommen. Kompletter Shadow-Mode auf einmal postet es. Sieht du, jo, herzlichen Glückwunsch zur Olympia-Quali. Wie nur, what the fuck. Niemand hat es mitbekommen. Ich finde es so geil. Ja. Da einfach so dicke Props für das, was er da abgerissen hat. Einfach mal, auch bei mir im Podcast, nichts gesagt, nach Lübchen geflogen und sich die Quali geholt. Muss man auch das mal bringen. Ich war das Wochenende noch bei ihm im Gym. Ich war da dreimal trainieren und auch kein Schwanz was gesagt. Also ich weiß nicht, ob die das auch alle nicht wussten oder so. Das ist halt so ein 24-7-Studio, wo auch oft keiner da ist. Einfach kein Personal oder sowas. Und ich habe mir nur geschrieben, ob ich trainieren darf. Er so, ja, ich bin nicht da, aber ich kenne da halt ein paar, die dann wieder trainieren und habe mich dann mit den Fahrbrädern, dass sie mich reinlassen. Und ja, auch kein Schwanz was gesagt. Aber jetzt glaube ich, was alle juckt, oder? Also erst mal, ich glaube, der hätte auch auf ganz, ganz vielen anderen Wettkämpfen eine Quali holen können. Der sah echt brutal aus. Also wirklich, also von der Härte, vom Beinvolumen. Aber ich finde bitterer Beigeschmack mit Libyen, Junge. Da stand ein Starter stand drauf, glaube ich, oder zwei. Und er hat sich, also er war nicht, fünf oder so. Ich war bei sieben. Sieben? Dritt war ich auf der Bühne. Hast du dritt? Ich habe fünf gesehen auf die Siegeherrung, auf jeden Fall. Und ich glaube, so eine Diskussion gibt es doch gerade, weil man auch nicht mal Profi wird, wenn nur drei in deiner Klasse sind. Ja, genau, genau. Das haben wir auch gedacht. Da müsste ich auch eine Regelung geben. Da müsste es ja auch eine Regelung geben, dass man kein Olympiaticket kriegt, wenn du da alleine hinfliegst. Auch so ein Wettkampf. Dann starte ich auch in Asamaijaden. Ich dachte, es waren drei. Ich dachte, Siegeherrung auf dem Video waren auf jeden Fall fünf Leute zu sehen. Ach, Siegeherrung, ja? Also drei dachte ich auch. Kommen bestimmt die Ergebnisse noch irgendwo. Weil auf der Starterliste stand sogar Chris gar nicht drauf, da standen nur zwei. Ja, genau. Richtig. Aber ob der Siegeherrung nachher auf dem Video, was er hochgelandet hat, waren er fünf Leute, denen er auch einen die Hand geschüttelt hat. Also denke ich mal, dass sie mindestens zu fünf waren. Also gar nicht. Sieht brutal aus. Ich mag auch die Linien. Ich mag den Look total. Aber hättet ihr es nicht auch gemacht, wenn ihr die Möglichkeit gehabt habt, dass es safe und komplett seid in Topform. Da ist jetzt ein Wettkampf. Da ist gerade nicht viel los. Jetzt schnappe ich mir ein Ticket und fliegt gleich. Ich hätte einfach safe gemacht, Alter. Aber es hat schon wirklich beigemacht. Es ist so irgendwie, ah ja, keine Ahnung. Jetzt muss ich jetzt nochmal neu beweisen. Ja, keine Ahnung. Bei Urs hat das jeder gesagt damals. Wisst ihr das noch? Wo er in Mexiko gestartet hat? Mexiko, ja. Alle sind nach Portugal und Urs ist nach Mexiko. Mike auch. Mike hat ja gewonnen. Ja, und beide wurden da aber richtig gebasht. Da wurde damals gesagt, ja Urs, der geht da bloß hin, weil er Angst hat vor David Hoffmann und so. Das war noch Mike. Urs ist dann zu Tempa gewonnen. Danach hat er Tempa gewonnen. Aber erst ist er in Mexiko gestartet. Genau. Aber auch bei Mike haben ja alle gesagt, er will sich nicht mit Fabi messen, in Alicante, bla bla. Er weicht dem Ganzen aus, weil er in Mexiko gewonnen hat. Aber wie gesagt, ich glaube, bei Chris ist es egal. Ich glaube, der wird sich gut, also ich glaube, der wird auch... Das sah gut aus, was ich gesehen habe, bei Instagram. Aber bei Chris ist es auch so, der ist jetzt nicht so ein Aufmerksamkeits, ich sage jetzt mal so ein Aufmerksamkeitsinfluencer wie jetzt Urs oder Mike oder sowas. Also da wird halt was ganz anderes, dass er auch da gar nicht diese komischen Leute dann irgendwie anzieht. Da glaube ich... Nein, der wird auch keinen Schütz drumherum kriegen, weil er genau einfach nicht diese Fanbase hat, wo so kleine 18-Jährige Dudlis kommentieren. Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall, die Form war geil, Respekt. Ich glaube, wie auch alle anderen, ich glaube auch, er hat jetzt auf einem anderen Olympia-Qualifier richtig, richtig gut ausgesehen. Und ich glaube auch, dass er auf dem Olympia nicht schlecht aussehen wird, auf jeden Fall. Das freut mich vor allem für ihn, weil es halt noch ein Traum war von ihm, sich von der Olympia zu qualifizieren. Und das hat mich dann schon mega gefreut, gerade weil er es im Podcast noch so gesagt hat, so mit so einem Schmunzeln, ich würde, ich schaue jetzt mal, was ich mache, ob ich nochmal starte. Dann dachte ich schon, okay, krass. Und dann, es wäre ja so ein Traum, nochmal die Olympia-Qualifier. Und das hat mich dann halt gefreut, dass ich es mir gekriegt habe, dass er da wirklich mit seinem Kumpel Roman zusammen dann zum Olympia fliegen kann und sie das beide genießen können. Finde ich schon geil. Ja. Beide das erste Mal, ne? Also, ist auf jeden Fall Romans auch das erste Mal. Ja. Ja, Roman war mal zur Berichterstattung damals für Body Xtreme oder so, glaube ich. 2014 oder 2014 oder einmal. Ein paar Gedanken noch dazu. Also, erst mal, Glückwunsch, Chris. Ich gönne es dir von Herzen. Vor allem, es ist halt sein Traum gewesen. Und wenn du halt die Möglichkeit hast, dich da auf die Bühne zu stellen, dann fahre ich auch nach Libyen und qualifiziere mich da, weil die Fotos vom Olympia, dieses Erlebnis, da mit dem Besten zu stehen, den Trainingsanzug, du kriegst, das Wochenende, das Erlebnis mit deinem Kumpel Roman, das nimmt dir keiner mehr, das fragt keiner mehr, wie du hingekommen bist. Vor allem, er ist Ziller mit Z, wahrscheinlich wird er so irgendwie in einem Callout mit Chris Bumstead stehen dann, weil der als Champion als Letztes draufkommt. So krasse Bilder. Das werden geile Bilder, geisteskrank. Und im Endeffekt, da kann nachher keiner haben, wenn nach wie du dich qualifiziert hast. Es ist, glaube ich, genauso, wie sich ein Steve-Mann-Team damals über Punkte qualifiziert. Er hat irgendwie zehn Wettkämpfe mitgemacht, hat sich über Punkte qualifiziert. Da hat auch keiner gesagt, er hat sich über Punkte qualifiziert, aber haben wir mal der FP, nicht, dass er da ist, dass er sich zeigen konnte. Ich weiß auch nicht, warum er überhaupt noch irgendwas nörgeln muss. Ja. Vielleicht ist eigentlich ein Visum für diese Priebelin zu bekommen. Geht das so schnell? Ich weiß nicht. Komm mal rein. Du darfst auf jeden Fall keine gravierenden Vorstrafen haben, sonst kann das abgelehnt werden. Darf man auch keine Vorstrafen haben, wenn man nach Amerika fliegen will? Ja. Es geht um gravierende Vorstrafen. Also jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie schlimm, aber ich weiß, dass ich weiß von ein, zwei Kollegen, dass die nicht einreisen durften, weil die halt mal was Schlimmes hatten. Ja. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Ja. Und noch ein Gedanke, der mir dazu kam, immer wenn Leute schreiben, ja, aber das ist eine billige Quali, die er sich geholt hat. Ein Alicante hätte er niemals gewonnen, weil Wesley da gewesen wäre, bla bla. Ich frage mich halt immer, darf man wirklich nur zum Olympia fahren, wenn man irgendwie einen Top Ten Olympien aus dem Weg geräumt hat? Oder ist es mir auch vollkommen gerechtfertigt, irgendwo einen schlecht besetzten Wettkampf zu gewinnen? Man muss doch nicht immer sich mit Wesley und Chris Bumstead und Urs und Mike messen müssen, um auf dem Olympia fahren zu dürfen. Da sind noch irgendwie 20 andere. Ja, das Regelwerk hat ja nicht ihr aufgestellt. Ja, eben. Hin zum Wettkampf und hat sich qualifiziert. Ja, der Wettkampf wurde veranstaltet, dafür gab es einen Slot für den Olympia, der wurde eingeplant, der hat dann sich geholt. Ich meine, bei der Pro Card hat mittlerweile auch keiner mehr, dass da mehrere Pro Cards im Gesamtsiegerstechen verteilt werden oder, oder, oder. Mehr gar jeder. Immer noch. Also ich kriege gar nichts mehr mit. Aber Mike holt sich die Quali dann auch regelmäßig, zum Beispiel in Saudi-Arabien oder in Mexiko oder sowas. Ist halt klar. Oder in Polen. Why not, Alter? Ja, eben. Ich finde es wirklich nicht. Ja, dann macht ein anderer, weißt du, das ist doch... Also einer wird ja mindestens da sein. Ja, vollkommen legitim. Ja, finde ich auch. Letztes Thema, was ich noch ansprechen wollte, bevor wir dann zu Kevins Leitungswasser kommen. Ich nehme noch mal ein Schluck, bevor er es mir malig macht. Ja, trink noch mal. Danke. Ist die Men's Physik-Änderung. Es wurde gestern bekannt gegeben, dass die Men's Physik-Gewichtslimit nach dem Olympia bei 10 Pfund unter dem Classic Physik-Limit liegen sollen. Erstmal eure Meinung gleich dazu. Und dass aber auch die Board Shorts zwei Inches, also fünf Zentimeter über dem Knie ansetzen dürfen, damit man auch sieht, dass die Beine noch sehr ausbalanciert sind. Also dadurch, wenn man wohl vermeiden, dass die Leute keine Beine mehr trainieren. Was haltet ihr von den Änderungen und vor allem von dem Gewichtslimit 10 Pfund unter Classic? Ich finde es gut. Ich finde es gut eigentlich. Dann stehen danach ja nicht mehr solche Monster. Und im Endeffekt geht die Klasse wieder dahin, wofür sie eigentlich aufgemacht wurde ursprünglich. Und das sind halt Leute, die noch nicht so lange trainieren vielleicht, oder die einfach eine schöne Linie haben, aber jetzt nicht irgendwelche Muskelprotze, die eigentlich Bodybuilder sind und sich eine Badehose anziehen. Martin, fünf Kilo. Die kannst du wegtrocknen, Alter. Die werden sich alle umbringen mit Theoretiker und was weiß ich, weiß ich aber, die werden sich zwei Wochen leer ziehen, dass die nur noch Haut und Knochen sind und dann vollladen oder sowas nach. Und es ist gefordert, dass die Beine einen tatschenden Look zum Oberkörper haben. Ja, können sie ja. Aber sie machen sich einfach voll trocken, total trocken. Und zwar richtig trocken. Die besten Leute, die jetzt schon ins Gewicht, die waren jetzt schon alle knippeltrocken. Wenn du halt jetzt nochmal fünf Kilo weniger haben musst, musst du entweder Muskulatur oder irgendwo musst du halt die Masse einwüsten, weil die fünf Kilo müssten irgendwo herkommen. Ja, du kennst doch die Leute. Dormen ist doch das beste Beispiel. Da wird dann nicht mehr überlegt, da macht man dann. Also jetzt ohne Wertung. Das klang jetzt ein bisschen negativ. Das war nicht so gemein. Aber du verstehst mich. Also du überlegst dann nicht. Du machst es dann. Du denkst dann, oh, jetzt sind es aber noch zweieinhalb, drei Kilo. Ja, komm, jetzt. Das können wir doch nochmal machen so, ja. Wir hauen es jetzt durch und dann, ja, das ist eigentlich so richtig, richtig, richtig schädig. Das ist natürlich scheiße. Also wir sollten eigentlich die Judges einfach so entscheiden. Meiner Meinung nach. In jeder Klasse. Also ich würde generell Gewichtslimits abschaffen und die Judges sollen halt einfach genaue Wertungskriterien haben und die sind ganz glücklich. Na, aber das wird halt nie passieren. Konsequent diese schweren Athleten abwerten und dann genau wie man hat gesagt. Aber das machen die ja nicht. Sieht man ja. Ich meine, Florian Riemenschneider in der Front sah brutal aus, aber der passt niemals in dieses Limit rein. Also ich finde es gut mit dem Limit. Deshalb finde ich es gut, ja. Dass wir nachher die Koffer stehen. Florian Riemenschneider wird es nicht schaffen, deswegen finde ich es gut. Nein, ich finde es gut mit dem Limit, weil ich finde, dass diese Klasse halt einen extrem komischen Weg eingeschlagen hat. So wenn man die letzten von John Terry so, der sah nochmal richtig mensphysikmäßig aus. Ich glaube jetzt der letzte, ich weiß nicht, ob es Brian Hendrickson war. Nee, der vorletzte. Brian Banks. Harry Banks. Ja. Zwischendurch hast du da Schwarze auf der Bühne stehen, die sahen obenrum aus wie ein Open Bodybuilder. Das war für mich, fand es nicht mehr schön. Außerdem habe ich einen richtig guten Mensphysik, der passt genau rein, der ist noch drei Kilo unterm Limit. Ja, wie gesagt, dann einfach abwerten. Ich glaube, dass dieses Gewichtslimit die Leute dazu verleitet, ungesunde Sachen zu machen. Wisst ihr denn irgendwie aus dem Kopf, wie schwer jetzt die Top 3 der Mr. Olympia waren? Also ob die jetzt Koffershaus schmeißen müssen? Acht Kilo drüber. Das hat mir heute einer gestern auf meine Story geschrieben. Acht oder fünf Kilo drüber. Okay. Er meinte, wenn die Angaben stimmen, acht Kilo, lasst sie ein bisschen schummeln und der ist vielleicht nur fünf Kilo drüber. Ja, okay. Das heißt, da werden sich richtig, richtig drücken, so wie Kevin sagt. Bleib doch einfach in der Klasse und guck, dass du in der Off-Season Lina bleibst und nicht mehr so aufbaust. Ich meine, man muss ja jetzt nicht voll durchknallen. Kann ja auch heißen, dass es gesünder wird. Die fahren dann halt eine Off-Season mit 250 Testo die Woche und nicht mehr mit, keine Ahnung, 1,5 Gramm und Wachs und Insulin bis zum Anschlag. Dann geht die Klasse halt einfach runter. Oder fahr Wachs und Insulin und 1,5 Gramm und geh in eine Classic Physik. Ja. Wie Thomas. Wie Thomas, ich habe einen Platzierten an die Kante. Wie Thomas, ich habe einen nicht qualifizierten Anliekannten. Schlecht, hat man nicht mitgekriegt. Ich bin doch 10er Platz. Michelle meint, dass er Top 10 gemacht hat. Okay. Das sah aber auch gut aus. Ja, dann herzlichen Glückwunsch, Thomas. Sehr gut. Das hat mal in der Classic gestartet, ne? Ja. Also Beine und Rücken, was der aufgebaut hat. Ja. Wahrscheinlich. Ja, finde ich auch. Alright. So, Kevin. Erzähl uns Verschwörungstheorien zu diesem Ding. Mike, wie lange war es eigentlich Radio? Mike, wie lange war es Radio eigentlich? Ja, ich bin gleich draußen. Ich mache jetzt nach dem Training noch 45 Minuten. Wenn ihr jetzt über Leitung sagt, Quatsch, bin ich draußen. Ja, weil ich bin in drei Minuten durch, was soll ich noch hier mithören darf. Alles klar. Willst du noch irgendwas loswerden, Mike? Was hat dich irgendwie beschäftigt aus den letzten 14 Tagen? Entschuldigung, dass ich mich heute verspillet habe. Ja, ich kann denken. Vorbereitze, heute Morgen wurde mein Plan geändert mit dem Essen. Ich habe jetzt nur noch drei Kohlenatmahlzeiten. Deswegen. Danke, dass du überhaupt noch reingekommen bist. Du bist in den Prep. Du hast alle Ausreden der Welt. Jetzt habe ich nur rumgeheult, gerade Rage rausgelassen und wieder weg. Jetzt geht es wieder gut. Ich fand es mega sympathisch wieder. Ja. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, Wettkemi waren cool. Ich freue mich, dass da noch ein paar bekannte Gesichter gesehen habt. Ich hatte einen Kumpel überrascht, der war überrascht und dort gewesen. Hat mir ein Bild geschickt, wenn ich auf der Bühne stehe. da war ich mich mega, genau. Ich kam einfach hin. Mit dem war ich noch bis drei Uhr morgens unterwegs. Und mit Chris, Chris Kai, hiermit nochmal, der Beste überhaupt. Der kam spontan mit. Hat mich komplett rasiert unterstützt. Geholfen, gefillend, hier und da. auf jeden Fall da vielen, vielen, vielen Dank. Ohne meckern, ohne gar nichts. Obwohl es mal einen dummen Spruch habe ich ihm gedrückt, wahrscheinlich hat er auch mich nicht zu Herzen genommen von nachher Kuss an ihn. Und wir sehen uns am Samstag. Richtig, wir sehen uns am Samstag. Alles klar. Alle? Oder wäre es vorhin nicht da? Ich bin da. Eröffnung? Ja. Ich bin, ich kann nicht leider, ich bin in Wildau. Also Kevin und Paul, wie seid ihr da? Wir sind da. Team HPN ist natürlich am Start. Wir sehen uns dann. Alles klar. Bis Samstag dann, Mike. Mach's gut. Bis dann. Bis dann. Schönen Abend. Für alle hier nochmal ein bisschen Kontext. Also Kevin hat vor ein paar Tagen eine Story hochgeladen, dass er sich jetzt hier zum Trinkwasserexperten weitergebildet hat und schockierendes über unser Trinkwasser herausgefunden hat. Und das fand ich so interessant, dass ich gesagt habe, wir müssen auf jeden Fall mal ganz kurz in der Massenkonferenz drüber sprechen. Kevin, erleuchte uns mit deinen Erkenntnissen. Ganz so reißerisch, wie du es jetzt formuliert hast, das ist nicht das Thema. Wir sterben alle. Ich habe mich jetzt lange damit befasst oder auch hin und her überlegt und immer mal wieder was gelesen, weil ich mir immer Gedanken gemacht habe, dadurch, dass ich den ganzen Tag Leitungswasser trinke, also ich habe keinen Bock, Mineralwasser zu kaufen und ziehe es dann eben aus der Leitung. ist ja auch so, der allgemeine Volksmund, dass das Leitungswasser ganz gut ist. In Deutschland ist es das auch zum Vergleich zu anderen Ländern natürlich. Also ich denke, wir waren ja alle schon mal im Ausland, wo man dann kein Leitungswasser trinken kann. Also im Verhältnis dazu geht es in Deutschland auf jeden Fall. Aber ja, ich habe da immer so ein bisschen meine Zweifel gehabt und habe dann immer wieder ein bisschen was gelesen, habe dann auch schon wieder so Filteranlagen gelesen und habe jetzt dann auch noch beruflich eine Schulung zum Trinkwasserprobenentnahmen berechtigt bekommen. Wir müssen da in Zügen manchmal eben schauen, dass das Wasser theoretisch getrunken werden kann, dass bestimmte Grenzen werden eingehalten werden kann und dann müssen wir Proben ziehen, die wegschicken und dann wird das Wasser abgelassen. Füllt ihr eure Waggons mit Leitungswasser einfach auf? Na klar, es gibt einen Frischwassertank und einen Abwassertank. Okay. Nicht vertauseln. Nicht vertauseln. Irgendwie anderes Wasser da reinmachen müsst. Nee, nee. Das wird dann halt kontrolliert regelmäßig. Aber ich persönlich würde es nicht trinken. Also deutsche Barmwasser nicht trinken. Die Proben sind alle gut. Wenn sie nicht gut sind, dann müssen wir den Tank natürlich dann chemisch desinfizieren und alles und dann da wieder aufbereiten. Aber ich würde mir die Hände damit waschen vielleicht und das den Rest sein lassen. Egal. Auf jeden Fall, da hat eben diese Schulung, die mir auch noch mal so ein bisschen einen Einblick verliehen hat in die deutsche Trinkwasserverordnung und in die Mineral- und Tafelwasserverordnung. Das ist auch noch mal was Unterschiedliches und habe ja dann nach langem hin und her überlegen und in gesammelten Informationen mich dazu entschieden, so einen Wasserfilter anzuschaffen. Ja, primär würde ich auch noch mal sagen, das ist natürlich auch eine Sache von Geld, ob man sich das leisten will, ob man sich das leisten kann, wie ich auch schon in der Story geschrieben habe, ist es auch so eine, ja, muss man da auch, ich sage jetzt nicht mehr dran glauben, weil es ist ja kein Aberglaube oder sowas, aber man muss ja schon eine Begeisterung dafür haben und halt auch so an Schadensbegrenzung interessiert sein. Ja, jedenfalls ist es so, gab es überhaupt irgendwelche Fragen oder sowas? Ja, einige, aber erzähl doch erstmal, warum ist unser Trinkwasser jetzt vielleicht doch nicht so geil, wie wir denken? Ja, der Fakt ist halt, laut deutscher Trinkwasserverordnung müssen halt, muss das Wasser auf 55 Parameter untersucht werden und ja gut, die Industrialisierung und alles von unserer Welt, die ist ja extrem vorangeschritten und der Umweltschutzbehörde sind halt mittlerweile 8300 Stoffe bekannt, die theoretisch ins Trinkwasser bekommen können. Von denen testen wir 55. Genau. Okay. So, und das liegt halt auch daran, dass es ganz, ganz viele neue Stoffe gibt und zum Beispiel Tests auf Mikroplastik oder sowas sind gar nicht gesetzlich vorgeschrieben zum Beispiel. Lauter so Sachen und 100% ist Kokain im Leitungswasser. Was? 100% ist Kokain im Leitungswasser. Ja, hoffentlich. Nee, es ist halt auch dann Leitungswasser, wenn man das testen würde, klar. Drogen? Ja, Rückstände wahrscheinlich. Ja. Stimmt nicht genug. Ja, genau. Also die Aufbereitung, die Aufbereitung in Wasserwerken, in diesen Aufbereitungsanlagen ist halt auch rückständig. Also die modernisieren die nicht. Ihr wisst ja, was unsere Regierung so mit unserem Geld treibt. Also es wird ja auch wenig in Schulen gesteckt oder sowas. Das ist halt bei den Wasserwerken, Aufbereitungsanlagen genau dasselbe. Leitungen sind sehr alt, teilweise 50 bis 100 Jahre teilweise sogar und da wird ja nicht durchgespült oder sowas. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwann mal sauber gemacht wird. Ist mir zumindest nicht bekannt. Genau. Aber warum hast du dich jetzt dafür entschieden, eine Trinkwasser Aufbereitungsanlage da zu kaufen? Weil also du hast ja gerade eben auch gesagt, eigentlich ist unsere Qualität im Vergleich zu anderen Ländern echt in Ordnung. Du sagst aber auch, dass nur 55 Parameter getestet werden. Was war so das Ding, wo du gesagt hast, okay, das schockt mich jetzt doch dann so sehr, dass ich da irgendwas machen muss? Es schockt mich in der Form, dass in der deutschen Trinkwasserverordnung zum Beispiel auch Grenzwerte für Uran festgelegt sind und das sind ja Grenzwerte. Das heißt, ein gewisser Wert darf drin sein laut diesen Grenzwerten und die werden halt teilweise auch mal so ein bisschen nachjustiert anstatt dann die Anlagen zu modernisieren und Grenzwert heißt ja nicht, dass nichts drin ist und das heißt halt auch, dass dein Körper zu 100% irgendwas rausfiltern muss und alles, was der Filter nicht filtert, das filtert deinen Körper und in Anbetracht und in Anbetracht dessen, dass auch bei Ernährungsgeschichten unsere Empfehlungen oder die Empfehlungen von unserem Staat jetzt nicht unbedingt ja fachlich fundiert sind, also auch so was die DGV empfiehlt am Essen oder so was, da schlägt jeder Trainer, jeder besserer Trainer schlägt die Hände in den Kopf zusammen und sagt sich, wie kann man so eine Scheiße empfehlen und anhand dessen, wie gesagt, ich will jetzt nicht wie ein Verschwörungstheoretiker oder so ein Esoteriker dastehen, aber ich, für meine Meinung, habe mir aber entschieden, dass ich dem Ganzen nicht mehr so wirklich traue und auch das, ja, diese Verschmutzung halt auf lange Sicht, vor allem ich trinke halt vier, fünf, sechs Liter am Tag teilweise, wenn es heiß ist oder so, wie gesagt auch mal sechs und das halt auch dann 20, 30, 40 Jahre gesehen oder ja, je nachdem, wie lange ich noch lebe, ist halt dann schon, ja, wo man sich dann denkt, kann ich damit vielleicht ein bisschen was verhindern, weil das wird ja auch sicherlich besser und deswegen habe ich mir das dann jetzt angeschafft und versuche so, meinem Körper nochmal ein bisschen leistungsfähiger zu machen, gerade weil ich ja auch den Sport mache, der jetzt nicht sonderlich gesund ist, versuche ich halt so möglichst viele Sachen zu finden, die ich da ein bisschen, wie ich da ein bisschen gegensteuern kann, dem Körper was Gutes tun kann und ihn auch leistungsfähiger machen kann, dann in gewisser Form, wie schaut das aus, installierst du die quasi in andere Wasserleitungen dran und dann kannst du auf dem Wasser aufdrehen und es ist schon gefiltert oder musst du das Wasser irgendwo extra einkippen und es läuft in den Gnast durch oder wie schaut das aus? Also es gibt verschiedene Anlagen, es gibt die, die was du nennst, das sind die teuersten Anlagen, sind aber auch die besten, weil sie am praktischsten sind, die werden an die Wasserversorgungsleitung angeschlossen, füllt dann das raus, da gehen die guten aber bei 2, 2, 5 los, sowas, so 2,500 Euro circa, deswegen, das konnte ich mir nicht leisten, ehrlich gesagt, und ich habe jetzt so eine Auftischanlage, wo man dann quasi einen 3,5 Liter Tank hat, die man auffüllt und dann filtert er das durch. Es gibt natürlich auch preiswertere Filter, die halt nicht so fein filtern und alles, also da gibt es verschiedene Stufen, das ist halt jetzt ein vierstufiger Filter, der halt wirklich am effektivsten ist und wirklich alles ausfiltert. Wie lange hält der so einen Filter und wie viel kostet der? Also bei dem Gerät kostet der jetzt 150 Euro und hält ein Jahr. Okay, okay. Ausgelegt auf eine vierköpfige Familie, der Verbrauch. Du bist quasi die vierköpfige Familie. Ja, ich und Frau. Nimmst du das Wasser denn auch zum Kochen oder ist es beim Kochen dann schon wieder eine andere Thematik? Dazu kam es jetzt noch nicht ehrlich gesagt, weil ich mal mit dem Zahn nichts koche mit dem Ding. Wenn man jetzt streng sein würde, ja, aber was das für eine geile Funktion hat, ich habe da ein integrierter Wasserkocher. Das heißt, ich habe auf Knopfdruck heißes Wasser. Okay. Also würde sich das anbieten, dann da auch das Wasser rauszunehmen. Ja, aber natürlich, ich trinke auch zwischendurch jetzt mal einen Eistee Zero oder auch mal eine Cola Zero. Also ich bin da jetzt nicht voll diesem Gesundheitswahn verfallen, aber ich denke halt immer, dass das Nahrung, also gute Nahrung und dann eben auch Flüssigkeit, Wasser ist eigentlich das, womit der Körper arbeiten kann. Und je nachdem, wie gut das ist, was du ihm zufährst und so besser kann er sich meiner Meinung nach halt auch gegen Fehlfunktionen wehren, also gegen bösartige Zellen und so weiter. Kann seine Zellen dadurch gesund halten, jung halten. So denke ich halt. eine Quecksilbervergiftung von dem Fisch, den der Post-Workout immer isst. Wer? Echt? Ja, der Jim Dan, der hat auf jeden Fall drei oder doppelt so hohe Quecksilberwerte, wie erlaubt sind. Da frisst du den ganzen Atunfische oder was? Nee, irgendeinen weißen Fisch hat der immer. Der frisst doch, also ich glaube, nur 400 Gramm Fisch täglich sein. Also gerade so bei Bodybuildern, glaube ich, ist der wie mit Hähnchen, Alter. Du wirst wahrscheinlich nie wieder Antibiotika nehmen, wenn du Bodybuilder bist so ein 800 Gramm Hähnchen am Tag futterst. Ich brauche auch kein Discounterfleisch mehr. Also ich habe da... Das stimmt aber nicht. Was? Das stimmt nicht. Mit Antibiotika? Das stimmt nicht. Schadstoffe setzen sich immer in den fetten Stellen fest bei dem Tier. Und ein Hähnchen ist mager. Das heißt, dass dieses Fleisch, was extrem fettig ist, da hast du das ganze Antibiotika drin. Schadstoffe setzen sich immer in den Fettzellen fest. Also ein Hähnchenkotelett zum Beispiel. Zum Beispiel, genau. Aber denkst du nicht trotzdem, ja, das hat halt extrem viel Wasser. Das wird halt mit Wasser aufgespritzt und das sieht man dann nachher auch, wenn du es mal... Haben wir wieder das Wasserproblem. Dann ist es so. Fittest du ein Hähnchen auch? Was meinst du? Jetzt müssen die Hähnchen auch nur noch gefiltertes Wasser durch Kevins Anlage kriegen. Wenn du jetzt vom Metzger Fleisch kaufst, dann ist es halt wirklich so, dass es nachher die originale Größe noch hat so quasi. Weil das ist oft so, dass es halt wirklich einschrumpft. Planet. Das ist ein Unterfittag und Nacht, Die Hüfte würde mich gern sponsern mal. Ja, die Hüfte kaufe ich echt vor dem Kleinen öfters und das ist wie Filet, also das ist richtig grüßig. Ich merke da schon Unterschied zwischen das Counterfleisch und dem Fleisch auf jeden Fall. 100%ig. Ich kann das Counterfleisch fast gar nicht mehr fressen, das ist was eklig. Auch beim Tatar, das hat viel weniger Wasser und so. Wir haben jetzt hier letztens Kabeljau gemacht in der Pfanne und kam kein Wasser aus dem Fisch raus. Was ist denn hier los? Das kenne ich gar nicht. Normalerweise ist der Fisch ja noch so groß und die Pfanne schwimmt, weißt du? Ja. Habt ihr alle einen Sponsor? Habt ihr alle einen Sponsor? Ich ja nicht mehr. Warum? Echt jetzt? Ja, habt ihr das nicht mitgekriegt? Nein. Nee, aber deswegen haben sie sich gekickt oder was? Wo der Kleine mein Tattoo ran gepumpt hat und was? Ja, piepst das raus. Das ist mir gerade raus. Was? Was hat das? Wer? Nein, wer hat das gemacht? Der hat ein Bild von meinem Foto ausgeschnitten und hat dann öffentlich gegen Planet Miet geschossen, dass sie quasi einen Nazi sponsoren. Hat der, ja. Hat doch kein Leben, Mann. Und dann hat der Julian wohl ein bisschen Angst gekriegt und gesagt, ja, nee, ich will nicht. Wegen einem Tattoo oder so? Wegen irgendwas? Wegen meinem alten Tattoo, ja. Ja, das weiß ich wieder die Geschichte. War ja da bei HPN damals auch schon so, dass der da steilt auf. Wir haben ja schon tausend Mal drüber gesprochen, ja. Ich höre noch eine Frage, kann man denn jetzt diese Leitungswasser Thematik umgehen, wenn man jetzt einfach im Nidl das stille Mineralwasser kauft oder du hast ja auch gesagt, das Tafel und Mineralwasser ist nochmal was anderes. Ja, dazu noch, es gibt gute Wässer, die sind aber sehr teuer, also wirklich teuer und da rede ich jetzt nicht von Vitell, sondern so komische Glasflaschen, Mineralwässer, die dann auch öfter sich selbst prüfen lassen und alles, also deswegen ist auch der Preis, erstmal die Tests kosten natürlich, es ist aber so, dass die Mineral- und Tafelwasserverordnung nur 30 Parameter umfasst, also das Mineralwasser wird nur auf 30 Parameter getestet. Das heißt nicht, dass es schlechter ist, es kommt ja aus einer Quelle und wird abgefüllt. Also es kommt ja quasi nicht jetzt aus dem Grundwasser, es wird nicht nur gewonnen wie Leitungswasser oder auch nicht aufbereitet, es kommt aus der Quelle und anscheinend sagen die dann deshalb, es muss nur auf 30 Parameter getestet werden, aber theoretisch, meiner Meinung, und kann ja da auch noch irgendwie was reinkommen, es ist ja eine Quelle. Ich schwöre, die nehmen Leitungswasser und pusten da einfach Blubberblasen rein. Ja, das ist dann auch keine Option für mich, da jetzt jeden Tag oder alle zwei Tage so ein Sixpack da wegzuziehen mit anderthalb Litern. Allein das Einkaufen und Tragen, Alter. Der ist das Schlimmste. Genau und dann, wie gesagt, die Anlage, die habe ich mir jetzt leisten können, die ist auch erschwinglich, sage ich jetzt mal, für, ja, wenn man es will, dann kann man sie sich leisten, sage ich mal so, wie eine Playstation 5 oder sowas. Und ja, ich bin jetzt mal gespannt, ob ich davon irgendwas merke. Was ich merke, ich trinke das Wasser sehr gern, es schmeckt sehr weich, ich finde, das schmeckt erfrischender. Ich tue das auch immer in so einem Steel Shaker dann oder so, ja gut, oft in einen Steel Shaker, auch in andere Shaker natürlich, wenn ich zum Training gehe oder sowas. Aber dann ist es halt nochmal ein bisschen, dann ist ja nochmal dieses, weil aus dem Shaker, da löst sich ja auch was raus und bla bla bla. Das ist ja dann auch nochmal. Ich habe jetzt eine Glas, also ich habe es mal nicht drüber lustig gemacht, aber Schatzi hat jetzt hier komplett umgerüstet auf Glastopperdosen. Ja. Es schmeckt und riecht einfach viel anders. Es riecht viel leckerer. Ich finde auch, wenn es in Plastiktopperdosen raus ist, dann riecht das schon so ekelig manchmal und weiß ich, es schmeckt einfach geiler aus Glas, das stimmt. Vor allem, wenn du es noch in die Mikrowelle tust. Ich habe halt immer Angst, wenn ich Glas mitnehme, ich bin in so einem Rucksack dabei, dass es kaputt geht. Deswegen habe ich das nie, das Argument habe ich schon oft gehört, aber ich denke mal so, nee, ich habe dann voll Schiss, dass es kaputt geht. Gesundheitlich juckt mich gar nicht, aber ich finde einfach, dass dieser Geschmack ist für mich der Unterschied. Das ist echt cool. Aber unnormals schwer, wenn du mit so einer normalen Essentasche losläufst, Junge, Alter, da denkst du dir, da kannst du auch gleich ein Sixer Wasser kaufen. Ja, genau. Wir wohnen hier in Wilhelmsfeld, das ist gleich bei Heidelberg und da sind, da ist halt so ein Gebirge drin, der war schon bei uns und da kommen ganz viele so Quellen einfach so aus dem Boden raus und die Leute, die kommen da aus der Stadt angefahren mit dem ganzen, so ein Pickup-Van und den ganzen Pickup-Van haben die voll mit so Wasserkanistern und füllen die auf, also 100, 200, 300 Liter, machen die voll und fangen wieder zurück in die Stadt. Also das ist Wahnsinn, wie viele Leute da immer kommen, das ist richtig Tourismus bei den verschiedenen Quellen, der ist schon crazy. Und das schmeckt auch, wie Kevin sagt, ich bin ja auch öfters mal hingegangen, einfach mal so mit der Hand getrunken, sehr weich und sehr, das kommt halt direkt so aus dem Boden raus und dann denkt man sich so, ja, das ist also ein besserer Filter, in meinen Augen gibt es halt dann nicht, außer dass es einmal komplett vom Regen runtergekommen ist durch alle Gesteinsschichten da durch und dann kommt es wieder aus dem Boden raus. Ich glaube, natürlich wird es dann halt dann auch nicht mehr und das kann ich mir vorstellen, ich bin ja eigentlich zu faul, jedes Mal dahin zu gehen, dann trinke ich auch Leitungswasser. Stell dich mal das nächste Mal, wenn die kommen, so zwei Meter vor die Quelle und piss einfach mal auf den Boden. Ja, genau. Packwurst runter. Es gibt noch diese Brita-Filter, kennst du die? Wo du so einen Aufsatz drauf machst, einmal durchkippst und so weiter. Ja, genau. Nützen die auch schon was? Ja, die nützen in der Hinsicht was, dass da halt das Wasser also ich glaube, das nennt man enthärten, wenn da Kalk rausgeht. Also das filtert eigentlich wirklich nur sehr grob. Ist ja besser als nichts natürlich. Bitte? Aufkochen? Was ist aufkochen? Wasser, bevor man es trinkt? Nee, dann sind die Schadstoffe nicht raus. Dann kannst du Uran durchkochen. Aber ich meine zumindest Christoph keinen Magen-Darm, oder? Das wird ja getestet auch. Also das wird ja regelmäßig auch in unserem Wasser. Wie gesagt, das Leitungswasser ist ja genießbar. Du hast ja keine unmittelbaren Schäden davon. Also das will ich auch nochmal klarstellen. Also nicht, dass ich will jetzt hier auch keine irgendwie Hysterie verbreiten oder so ein Scheiß, weil du kannst es trinken, du hast keinen Schaden davon. Es ist nicht mit Schadstoffen. Es ist nicht mit irgendwelchen Bakterien oder Viren befallen. Also im schlimmsten Fall kann es das sein, aber ist es eigentlich, also ich habe es noch nicht erlebt. Zeig jetzt mal. Sag, du hast meine Zinnkraft. Ja. Nee, deswegen. Was ich mir halt noch frage, ist, wenn du jetzt das Ding komplett totfilterst, weil so ein paar Mineralstoffe will man ja eigentlich auch im Wasser haben. Oder was? Ja, das Thema habe ich mich auch mit befasst. Es ist wohl so. Das ist jetzt so, wie ich, wie mein Wissensstand ist, ich, das ist hier Angaben ohne Gewehr, ne? Ja. Musst mir Holger Guck mal einladen. Mein Wissensstand ist so, dass diese Mineralienbesetzung im Wasser maßlos überbewertet ist, weil wenn ihr mal diese Tabelle, die da auf diesem Mineralwasserflaschen drauf ist, nehmt und die zusammenrechnet, dann habt ihr auf einem Liter so verdammt wenig Mineral, um euren Bedarf daran zu decken, dass es eigentlich schon fast egal ist. Und zum Beispiel bei Calcium, da bräuchte man bei den meisten Wässern bis zu 220 Liter am Tag, um seinen Calciumbedarf zu decken. Also das macht ja für ihn so vorne keinen Sinn. Deswegen, du deckst deinen Mineralienbedarf über die Ernährung. Multicore. Was? Das Multicore, genau. Ja, über Supplements wollte ich gerade sagen. Und das ist dann auch schon der, die ganze, das Ende von der Geschichte eigentlich. klingt für mich auch sehr sinnvoll, weil wenn man dann mal schaut, wie viel halt in einem Lebensmittel drin ist, zum Beispiel in Haferflocken alleine an Mineralien oder in einem Ei, in einem Eigelb, was du in einem Liter Mineralwasser hast, eigentlich schon lächerlich. Man sagt das bei schwer kranken, oder bei alten oder schwer kranken Leuten, die jetzt nichts mehr, die jetzt nichts mehr essen wollen oder nichts mehr essen können oder sich das schwer tun damit, dass dann wenigstens über das Trinken eben über das Wasser dann noch Mineralien reinkommt. Da sagt man, da soll man wirklich schauen, dass das Wasser gut mineralisiert ist. Man kann das Wasser auch selbst remineralisieren. Das mache ich ein, zwei Mal am Tag, wenn ich so einen Shaker voll habe, da mache ich ein bisschen Zitrone rein und vielleicht mal, ja gut, Salz habe ich im Essen genug, also ich mache dann ein bisschen so Zitronensaft rein, so fünf bis zehn Milliliter und dann habe ich auch schon wieder einen Haufen Mineralien drin. Okay, interessant. Ich habe letztens irgendwann mal diese Story gehört, ich glaube, die kennt ihr auch, dass irgendwelche Fische, männliche Fische in Wasser gepackt haben und die wurden nach irgendwie längerer Zeit dann so weiblichen Fischen, weil irgendwie man sagt, da sollen Estrogene im Wasser sein. Ich glaube, diese Armmärchen oder Schauermärchen kennt ihr alle. Das ist irgendwie, das ist eine Verschwörungstheorie jetzt, aufpassen. Ich übernehme jetzt keine Haftung dafür, aber ich habe mal halt diese Story gehört, dass wohl irgendwie Big Pharma oder keine Ahnung wer Estrogen ins Wasser reinhaut, um uns halt weniger maskulin zu machen. Ach, das habe ich schon gehört. Siehst du? Ja gut, dass ich Estrogenblocker nehme, ne? Das stimmt, guckt euch doch mal um, wie die Jungs von heute rumläuft, alles Homo. Ach, nee. Ich glaube, der Durchschnittstest, der Durchschnittstest Thronenwert von den Männern von den 40ern ist echt runtergegangen. Ja, das stimmt. Aber das liegt am Lebensstil. Genau, das liegt einfach an den äußeren Umständen. Und dann Trinkwasser und dann Plastik und dann Glyphosat und dann an den Fischen. An den Fischen. Und den Flugzeugen mit den Chemtrails da. Ja, die Chemtrails, ja stimmt. Diese weißen Streifen am Himmel. Das ist Estrogen, was da runterkommt, Dumme. Die sollen mal Testosteron runterschmeißen. Nee, Mann, dann gibt es wieder Aufstände wie in Frankreich. Die halten uns alle, die halten uns klein mit Estrogen, Leute. Ich gebe Testosteronflieger, die fliegen über Frankreich. Eine Lösung. Ich gebe nur eine Lösung und ihr alle wisst, was ihr zu tun habt. In Frankreich zählt unter den, unter der Landebahn vom Charles de Gaulle wohnen. In Frankreich rieselt Testosteron. In Frankreich schießen sie Testosteron in euch rein, ja. Ja, cool, aber finde ich auf jeden Fall interessant, weil so gewisse Dinge macht man sich ja gar keine Gedanken drüber im ganzen Alltag und Wasser ist ja wirklich etwas, was wir literweise konsumieren. Ja, und ich kann mir wirklich vorstellen, dass da ziemlich viel Scheiße reinkommt mit der Zeit, vor allem jetzt zu unserer heutigen Zeit. Wohl, viele reagieren ja schon, wenn die, sag ich mal, die wohnen in Norddeutschland und duschen sich dann irgendwie in Süddeutschland und dann sagen die, oh, das Wasser hat so viel kalt, meine Haut wird schlechter, meine Haare trocknen ein. Also das muss ja schon irgendwie ein Unterschied sein. Es ist, die Wasserqualität ist auch unterschiedlich von Wohner zu Wohner. Also das ist auf jeden Fall. Hat das, kann man sogar nachgemessen, also auf jeden Fall. Das war ganz witzig, die Madeleine, die ja auch schon mal im Podcast war, die war ja letztens in Hamburg mit ihrem Freund und hat uns hier besucht. Die hatte mir dann auch noch geschrieben, du, Taco Talken, kann man hier im Norden das Trinkwasser trinken? Ja, das ist gut. So macht man sich Gedanken, ne, auch von hier. Naja. Gibt es sonst noch irgendetwas aus der Bodybuilding-Welt, was Sie angesprochen haben, ich wollte noch kurz erwähnt haben, Martins Gesicht sieht hammerdünn aus mittlerweile. Er hat sich rassiert oder abgenommen. Das liegt nur daran, dass der Bart weg ist. Ja, der Bart ist auch weg. Dann bist du immer noch fett. Alles gut. Das wird dann noch verstärkt, ne. Naja. Aber es sind ja auch nur noch zweieinhalb Wochen. Stimmt. Und? Bist du zufrieden? Ja, also, also, Mensch, Physik wird richtig gut. Ich mache ja davor nochmal, äh, zum Spaß Elite Pro Wettkampf, also ein Elite Pro Qualifier im Bodybuilding. Da, da lege ich jetzt nicht so den Fokus drauf. Ich schau jetzt halt, dass, ja, dass Mensch Physik passt. Also das wird, glaube ich, richtig, richtig gut. Und Ding wird halt, ja, meine Beine sind halt meine Schwachstelle. Ja, die hängen halt hinterher, aber sonst wird es gut. Aktuell, war das aktuell die Fotos von heute? Die sind von heute geworden, habe ich die gemacht, ja. Was denkst du, was muss noch runter? Also, am Rücken noch ein bisschen. Ich finde, von vorne kann ich mich schon auf die Bühne stellen, aber am Rücken hängt es noch so ein bisschen, so unteren Rücken kann ich noch so ein bisschen reingreifen. Das geht bei mir immer zum Schluss weg, ist ganz komisch. Meine Beine werden geteilt und alles, aber am unteren Rücken kann ich noch so ein bisschen reingreifen. Und das ist halt bei Mensch Physik ultra wichtig, finde ich, so, dass du die Separation im Rücken hast. Wieso, Domme? Warst du noch nicht zufrieden, oder? Komm mal, die Zeitung aber auch. Ich gucke mal. Wie viele Wochen? Wie viele Wochen? Zweieinhalb. Zweieinhalb. Drei. Zweieinhalb. Ist denn zweieinhalb der Elite-Pro-Wettkampf, oder? Der Elite-Pro-Wettkampf, ja. Okay. Unterer Bauch ist schon noch ein bisschen, ne? Schicht. Aber abends und das sind noch drei Wochen, also es kann schon alles gut gehen. Aber ein bisschen was muss eigentlich noch, denke ich. Okay. Ja, du musst jetzt bleiben. Bist du sehr leer, bist du sehr leer, Martin? Ja, ich habe fast, ich habe nur Kohlenhydrate rund ums Training. Ja, so sieht es auch aus. Also leer. So sieht es aus. So sieht es aus, dünn und dünn. Das wollte ich nicht sagen, ich meine, einfach leer halt, weil ich weiß, wo es ist. Ja, aber das kommt noch. Das kommt noch. Du musst ja abzuwerfen, abzuwerfen, Was? Einhalb dann NRW? Soll ich auch zeigen? Ja, zeig mal, Kevin, du bist ja auch sieben Wochen. Acht Wochen. Acht Wochen, Entschuldigung. Das Licht ist kacke. Ja, ja. Und die haben zu viel Öl drauf gemacht bei Martin, sonst wäre er viel besser. Ja. Ich habe sie gar nicht mehr. Und was sagt ihr? Ja. Eins kommt, dumme. So geht es noch, so geht es noch. War auch gut. Ja, für Upsseason ist eigentlich genau so muss es sein, Upsseason. Wie sind es bei dir noch? Vier Wochen? Ja, neun Monate sind es noch. Eine Schwangerschaft entfernt. Ja, Jetzt ist es auch. Ich? Ja. Ja, du bist auch in Form. Das weiß ich, Torben. Das ist wahrscheinlich der ist besser. Ungefähr drei weeks out. Keine Hose an. Ich dachte, der zieht gerade seine Hose. Ja. Sehr schön. Jetzt kriegen wir auch ein paar Licht. Torben ist voll braun, oder? Oder kommt mir das nur so vor? Oder auch in Kuba. Es ist Licht. Morgen ist Ladetag, ne? Heute. Ich habe heute geladen. Heute geladen, okay. Heute habe ich mehr Cups und kann mehr fette reinkommen. Deswegen, der Ranzen ist da. Klickbait fürs Video. Torben zieht sich aus. Das bringt glücklich. Hey, Martin zeigt. Ingo, jetzt musst du aber auch. Jetzt haben wir alle. Ingo, musst du auch gut in Form sein. Ultrapissen, aber Ingo ist immer gut in Form. Ja. Stabil. Nicht schlecht, Alter. Ja. Das Schlimme ist, Ingo's Beine sind mindestens noch mal doppelt so hart wie sein Bauch. Ja, Beine sind immer freier. Immer freie Beine. Ich muss mich halt morgens immer so zeigen. Ich weiß gar nicht, ob ich das ausgesehen habe. Aber ich habe Dommel letztens einen Formcheck geschickt am Samstag. Das fand ich echt gut. Ja. Da kann man auch darauf reagieren. Härt er wie nach Klassenfahrt. Ja. Das haben wir auf, Klassenfahrt, Alter. Warte. Das sieht aus dem Klo. Hier, das war der Bauch am Lauf. Das war am Samstag morgen, nüchtern. Aber wie gesagt, Klassenfahrt hat mich auch leer gelutscht. Wie ist dein Stack? Zero. Er muss doch, er muss doch Steroide nehmen, das geht doch gar nicht. Er muss doch, ja. Er muss doch so gehen von den 74 Kilo Royd Monster hier. Ja. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir noch ein paar Fragen. Yes. Und dann haben wir es auch für heute. Jetzt müssen wir mal einen Sticker aufrufen. Oh, stopp. Alter, nochmal ein ganz kurzer Wort zur Klassenfahrt. Wenn das so wirklich, wir haben 60 Kids, wir haben zwei Klassen und ich war der einzige Mann mit, also die ganzen Jungs kamen dann eher so Richtung zu mir. Sechsklässler kriegen ihre Emotionen ja null gefiltert, ne? Ja. Wenn die traurig sind, heulen die. Wenn die wütend sind, dann sind sie trotzig und stampfen rum und schreien rum und wenn die glücklich sind, hüpfen sie. Es ist so heftig anstrengend, hätte ich nie gedacht, wirklich. Das ist krass. Haben die Jungs auch geheult? Ja, die krasseste Story war, da sind junge Mädels zusammengekommen am letzten Abend und alle haben sich so krass für die gefreut. Dass die eben nicht wussten, wohin mit den Emotionen und dann ohne Scheiß 40 Kinder am Heulen vor Freude und die haben sich nicht mehr eingekriegt. Tschüss, Dorma. 40 Kinder und dann sollten die halt ins Bett, weil Nachtruhe war. Du hast nicht Brüche gekriegt. Und das Heftigste war eine Nacht, ein Kind Nachtschreck. Hab ich Nachtschreck schon mal mitgekriegt? Nachtschreck? Schlechten Traum oder was? Ist im Prinzip wie ein Albtraum, aber du darfst und kannst nicht aufwachen. Hatte ich auch schon mal. Und das ging einfach mal knapp anderthalb Stunden. Das war so heftig, weil du kannst nichts tun. Du stehst daneben und denkst nur so, was passiert hier gerade? Ach nee, so war das nicht. Er schreit dann anderthalb Stunden lang und kann nichts. Schreit oder heult und am nächsten Mal weiß nichts mehr. Entschuldigung. Das war echt richtig gruselig. Weil du stehst und denkst nur so, fuck, Alter, was tust du jetzt? Was passiert? Auf Klassenfahrt hatte ein Kind Nachtschreck. Kennst du das? Naja, das ist richtig schrecklich. Das ist so gruselig, wenn du daneben stehst. Aber du sollst nicht wach oder was? Nein, das sollst du auch nicht. Das ist wie Schlafwandel im Gefühl. Du sollst dir halt auch nicht wachwachen. Ja, oder weint oder hat Heulkrämpfe. Und du siehst halt auch noch, wie die Augen so zucken und um sich schlägt. Und das ist so heftig. Und du denkst halt nur so, fuck, Alter, was passiert hier gerade? Aber das geht dann irgendwann zu Ende. Und am nächsten Morgen weißt du, das Kind auch gar nichts mehr davon. Aber es war halt für alle Beteiligten, die halt da waren, mega gruselig. Weil es halt nachts ist auch noch. Und alle wussten nicht, was geht jetzt ab. Und zum Glück kannte ein Lehrer das. Und wir standen dann nur daneben und haben halt aufgepasst, dass sich keiner verletzt und dass das alles irgendwie zu Ende geht. Nach fünf Minuten ist er auch ein bisschen nervig. Oder du denkst auch, ey Junge, ich will jetzt mal schlafen. Ja, nach fünf Minuten, das ging anderthalb Stunden. Ja, deswegen sage ich ja, da hätte ich wieder eine halbe Stunde sein können. Tür zu und lass den mal jetzt ab. Ab in den Schrank. Erst mal hier so Weihrauch drauf töpfen. Ich wollte nur sagen, Priester-Ufi. Ayahuasca. I nomine, Barbie. Martin, schiegt dein Vater vorbei. War dein Vater nicht Priester, Martin? Nee, mein Vater war Pfarrer mal. Ja, sag ich ja, Pfarrer, Priester ist dasselbe. Also. Hast du jetzt gesagt, war der Vater Priester, nein, Pfarrer? Was ist ein Unterschied? Ja. Ja. Einer ist evangelisch, einer ist katholisch, oder? Ja, ich glaube, genau. Echt? Pfarrer ist evangelisch. Ich glaube. Pfarrer ist evangelisch. Pfarrer sind dafür bekannt, Kinder zu ficken. Pfarrer gibt es auch bei katholischen. Nur die, die Kinder ficken, oder? Also, alle, die jetzt hier besser wissen, was aussieht zwischen Pfarrer und Priester, außer mit den Kommentaren. Wir haben keine Ahnung, wir sind dumm. So. Jetzt gucke ich nochmal nach Fragen. Leitungswasser, Leitungswasser, haben wir? Haben wir? Komm mal so eine Leitungswasserfrage raus, es gibt doch kein Mensch. Was für Auswirkungen kann das Leitungswasser auf den Körper haben? Was ist eure Empfehlung zu Leitungswasser? Irgendwann hat eine Frage. Ein Priester ist auch ein Pfarrer, wenn er eine Gemeinde leitet. In der evangelischen Kirche ist ein Pfarrer ein ausgebildeter geistlicher im Dienst der Kirche. Nur ein geweihter Priester darf in der katholischen Kirche das Abendmahl feiern und Sakramente spenden, also taufen, die Beichte abnehmen und so weiter. Also ich habe jetzt den Unterschied nicht genau gecheckt. Ich habe jetzt aber keinen Nerv, mich dazu mit zu befassen. Scheiß drauf. Jetzt gibt es nur Hexen und Teufel. Scheiß drauf. Hier fragt jemand, kann man wie David Hoffmann auf Obst und Gemüse für mehrere Monate lang verzichten? Warum macht David Hoffmann das? Warum macht David Hoffmann das? Keine Ahnung. Kann man. Sicher. Man muss halt supplementieren, die ganzen Mikronährstoffe. Ich kenne Leute, die haben in früher in der Berufsschule zum Mittagessen eine Stange Knoppers gefressen, so fünf Riegel und das war es, Alter. Wir haben überlebt. Überleben tut man es auf jeden Fall. Die leben noch. Man kann viele Sachen, aber viele Sachen sind nicht gut. Unter anderem kein Gemüse und kein Obst essen über Monate. Ich war mit Leuten auf Baustein, die haben den Mittagessen, war eine Tüte Goi-Bärchen. Ja, ja. Und wenn wir früh essen, die haben Marmeladenbrötchen, Mittagessen. Das ist wie so kleine Kinder, nur mit Geld einfach. Abends gibt es zwei Halbe. Das ist crazy. Auch da nochmal, Klassenfahrt, ich habe es dir erzählt, was da abging, oder? Habt ihr es mitbekommen in den Storys? Nee. Zum Frühstück, also Frühstück war okay. Da konnte man tatsächlich relativ viel Auswahl haben, aber die Kids haben natürlich gefressen, weiße Brötchen mit Nutella oder Marmelade. Ja. So, das gab es zum Frühstück, weil das schmeckt denen halt. Die essen nicht da irgendwie Joghurt mit Samen und Nüssen und Haferflocken. Hab ich früher aber auch nicht. Nee, eben. Die essen das. So, dann Mittags und Abends gab es nur Kohlenhydrate. Ab und zu mal so noch billige Fette, aber es gab nur Kohlenhydrate. Ich stand da mit diesem Ding und hab gedacht, ey, wo ist meine Eiweißquelle? Ich hab fast zu jeder Mahlzeit, die ich da gegessen hab, wenn ich da eine mitgegessen hab, hab ich einen Shake getrunken. Oder hab mir halt irgendwie noch... Ab und an Abends. Nudeln mit Matten. Ich hab das im Meal abfotografiert. Das ist so pervers gewesen. Einen Tag. Das war am günstigsten wahrscheinlich einfach. Ja. Keine Rolle mit Kartoffeln. Wir kamen an und es gab Gnocchi mit Gemüsepfanne. Keine Proteinquelle dabei. Dann gab es abends, pass auf, Kartoffeln mit Sauerkraut. Ohne was? Ohne was. Ohne was. Da hatte ich zum Glück noch eine vorgekochte Mahlzeit mit. Aber die waren ja irgendwann zu Ende. Pass auf. Nächster Tag. Okay, da waren Proteine dabei. Wurst, Gulasch und Baguette. Und abends Nudeln. Nudelbuffet. Da gab es Nudeln mit Tomatensauce oder Nudeln mit Käsesauce. Okay. Nächster Tag. Gemüsepfanne mit Reis. Wieder nur Kohlenhydrate. Hast du da los? Und dann gab es abends Hähnchenschenkel mit Schupfnudeln und Rahmsoße. Ja, du hast mich so zu gepfissen. Danach gab es am nächsten Tag Backfisch mit Kartoffelpüree und Rimoulade. Sehr gut. Backfisch allerdings, das waren so kleine Bällchen. Ich habe gedacht, du nimmst die Panade ab und frisst den Fisch dann. War keiner drin. Ja, gefühlt war es halt nur Panade mit so ein bisschen. Und die Kinder haben halt auch gesagt, die Chicken Nuggets waren aber lecker. Wo ich nur dachte, okay. In meinem Chicken Nugget ist es Fisch. Und am Abend, das war der letzte Abend, amerikanische Abend. Da gab es dann Nackensteak, Burger, Hotdogs und Pommes. Aber es gab halt fast nie Proteinquellen dazu. Das, dass man das für Kinder so kocht. Und dann Kids, die, wenn die auf Klassenfahrt fahren, du weißt ja, was die mitkriegen. Die haben dann ihre Tüten von Gummibärchen, ihre Tüten von Schokolade und Chips und kaufen sich da im Automaten das ganze Taschenrad, was sie kriegen, fliegt da in Cola und keine Ahnung was. Das heißt, die haben den ganzen Tag gegessen, Brötchen mit Nutella, Mittags dann irgendwelche Kohlenhydrate mit vielleicht noch einer Rahmsauce drauf, abends dann Kohlenhydrate. Und zwischendurch... Aber die Verschwörungstheorie. Was passiert? Östrogen geht hoch, Testosteron im Keller. Ja. Und wir wundern uns, dass die Kids, weil die konnten ja nichts anderes machen, die waren ja ausgeliefert. Die konnten ja nicht sagen, ja, okay, ist jetzt irgendwie nicht so geil, ich nehme was anderes. Sondern die sind dann fünf Tage in der Jugendherberge und müssten das fressen. Manche essen zu Hause auch so. Ja. Oder viele. Die meisten. Ja, weil so Fastfood, genau das, was du vorgelesen hast, Fastfood, Beilagen, Carbs sind halt auch viel günstiger wie Obst, Salat und Fleisch. Ja. Auch leckerer. Ja. Und ich bin jeden Tag zu Edeka gegangen, hab mir halt meinen Aufschnitt geholt, das, was ich nicht kochen musste, meine Quark geholt und hab Aufschnitt Reiswaffeln mit Quark mit Mandeln gefressen oder halt das, was man da essen konnte. So eine Gemüsepfanne kommt man nachher zu essen, aber... Fangen die Kinder, warum du nicht nur mal isst? Ja, klar, haben sie ab und zu gefragt, dann hab ich denen gesagt, okay. Aber dann weiter... Was sagen die anderen Lehrer, da warst du aber für mich alleine, oder? Die Lehrer haben das gegessen, was es da gab. Ja, aber ich meine, was sagen die, dass du ihr dann eigenes Essen mitnimmst? Ja, das kennen sie ja von mir schon aus der Schule. Das Foto, was du ihnen geschickt hast, Jürgen, aus dem Lehrerzimmer, Alter. Ja, das hab ich ja gepostet auf einer Story über den ganzen Süßigkeiten. Ja, Junge, das ist ja Diabetes vorprogrammiert, ey. Ja. Ich bin halt der Einzige, der was, oder einer der wenigen, es gibt noch ein paar, die haben ihren Joghurt mit ein bisschen... Weißt du, was fehlt an Schulen? Ein Unterrichtsfach, gesunde Ernährung, Alter. Danke. Voll, voll, das muss man nicht lernen, das ist ganz wichtig. Ja, und Umgang mit Geld. Gesunde Ernährung. Das Einzige, was man braucht, wird nicht unterrichtet irgendwie, ne? Du den Scheiß... Man könnte sich fragen, warum, aber das würde ich jetzt nicht aufmachen. Ja. Komm, mach zwei, drei Fragen. Ja, sorry. Jetzt sind wir abgedriftet hier. Jetzt hab ich mir mal ein Wurstgulasch hier. Baut mir den wieder nur über sich selber. Ja. Auf Wurstgulasch hätte ich jetzt aber auch Bock. Hier wird noch gefragt, warum, ähm, dieser Beef zwischen Roman und Tim so künstlich provoziert wird. Was für Beef? Die haben sich Backstage auch unterhalten. Hier zum Beispiel, äh, Rap One titelt, Tim klar vor Roman und sowas. Also hier will jemand wieder... Man kann auch alles als Beef interpretieren, Mann. Ja, genau. Das Clickbait. Da klicken die Leute mehr drauf, wenn sie sehen, oh, fuck, hat da Roman was gegen Tim gesagt und so. Aber Backstage habe ich gesehen, die haben sich unterhalten und es war alles cool, ey. War gar nichts Böses, null. Ihr fragt einer, tut die Bodybuilding-Impfung genauso weh wie die Impfung vom Arzt, sodass man den Arm nicht mehr heben kann? Das wird besser mit der Zeit. Also ich hab mir letztens was solo gemacht, das hat mir eine Woche lang ganz, ganz toll weh getan. Alter, als ich in Mailand war, boah, als hätt ich zwei Steine im Arzt. Also es war geil. Ich weiß nicht, ich weiß nur, ich testo eh die ganze Zeit. Und wenn ich das alleine nehme, das ist, ich weiß nicht, wenn ich das, also es deckt mir aus anderem dazu, anderen Öl, dann geht das voll klar. Aber jetzt, wenn ich es alleine nehme, es katert ab nochmal. Also ich hab einen halben LL, äh, Mittelliter genommen und das auch noch aufgeteilt, weil ich wusste, es wird ekelhaft. Alter, als hätte ich in den zwei Abduktoren so Steine drin, ne? Alter, es tat so weh. Und da waren wir noch mit dem Kameramann unterwegs und so und dann haben sich halt die ganze nichts anmerken lassen. Und hier ist man aussteigen und einsteigen ins Auto. Also ich dachte, Alter, mich trifft der Schlag. Ich find B12 schrecklich zu spritzen. Spritzt du da B12? Oh, nee, gemacht, ja. Keiner von euch nimmt B12? Nur mal gemacht, aber es hat mir nicht wehgetan irgendwie, keine Ahnung. Nur als Kapsel. Müsst du da mal kontrollieren. PED, alles mögliche. Ich hab's schon mal spritzen lassen von einem Heilpraktiker. So Medivitan halt, ne? Oder wie heißen die Dinger? Mmh, ja. Ja, und die hat gar nicht wehgetan. Crazy, ich hab das bei allen Stoffis mit auf dem Plan. Alle zwei Wochen B12. Warum Moral geht doch auch. Ich hab's als Spray drin bei den meisten. Ah, okay. Also, Spritzt mehr wie ein Steroid, sonst tut's weh. So, nächste Frage. Habt ihr Tipps, um in der Off-Season nicht nach jedem Essen fast einzuschlafen? Wach bleiben. Grüß dir mehr. Grüß dir mehr. Habt ihr keine Tipps? Keine Ahnung, Alter. Mach's wie Ingo, geh 10 Minuten spazieren oder was weiß ich was nach dem Essen. Klar. Also, ich mach das auch, wenn ich auf der Arbeit bin, ich fress mein Fressen und dann schau ich, dass ich relativ zeitnah dann aufstehe und was mache, weil sonst versackt man so. Das ist halt einfach. Keine Ahnung, das sind doch normale, jeder normale Mensch kommt doch durchs Leben, Alter. Ich bin auch müde nach dem Essen. Ja. Was ist denn Torben sein Tipp? Ich esse nicht so viel. Spazieren gehen, nicht sitzen bleiben nach dem Essen. Ja, aber schau, ob ich schlafe, weil ich werde in der Nacht einfach gut ist. Hast du da Schlafapnoe oder irgendwas, alles ist in der Nacht nicht gut, dass du beim Tag zu müde bist. Das ist ein guter Tipp. Aber wenn du noch nie isst, der Überschuss isst, ist man einfach müde. Ihr fragt einer, ich verstehe die Frage nicht ganz, welche Strategien für Struggle im Training habt ihr? Wenn man im Training struggelt vielleicht. Immer den Größten zuerst umschlagen, dann kriegen die dünneren Angst. Das ist meine Strategie bei Struggle. Suchst du den Größten und Stärksten raus und den klatschst du am besten mit einem Schlag weg. Und wenn die anderen das sehen, dann denken die, oh fuck, das war der Stärkste von uns, wir hauen ab, Junge. Kevin, du hattest auch Struggle im Training, du hast Fit1 gekündigt jetzt, äh, FitX. Jo, ich habe jetzt gekündigt, weil es mir heute gereicht hat, weil ich um 11 Uhr da war. Was? Endgültig jetzt oder kommst du wieder? Nee, ich habe jetzt gekündigt, weil es ist es mir nicht wert. Weil ich, äh, mein Training, es ist jetzt so weit, dass ich mein Training nicht durchziehen kann. Wieso? Weil dann wieder schon ab 11 Uhr irgendwelche Brokkoliköpfe zu dritt reinkommen und wenn ich die schon sehe, kriege ich einen Bürkreis, weil, keine Ahnung, alle, die, und die stehen dann an den Geräten, zwei am Handy, einer trainiert. Dann wird wieder gequatscht, dann macht der Nächste und du denkst dir, oh Junge, mach doch jetzt mal fertig, sodass du da ein anderes Gerät dran kannst, aber nein. Und es geht dann so weit, dass ich das ganze Training quasi nicht an das Gerät kann. Und ich bin aber wegen dem Gerät eigentlich ins FitX gefahren oder habe die ganzen schlechten Sachen in Kauf genommen, sage ich jetzt mal, um die Geräte zu haben. Dann kann ich sie nicht benutzen und mir reicht es jetzt einfach. Aber ich bin immer 30 Jahre alt. Gehen die bei dir nicht weg? Was? Ich habe das nie. Gehen die bei dir nicht weg, wenn du da hinst? Ich mache das nicht. Ich fange da keinen Stress an. Ich habe da keinen Bock drauf. Da fange auch keinen Stress an. Ich gehe immer und fange mal. Wir wechseln uns ab. Ich trainier jetzt mit euch zusammen. Ich trainier einfach mit. Ich habe gar keinen Bock. Ich will mein Gerät und ich will meinen Filmen und ich brauche mein Scheißgerät, brauche ich zehn Minuten und dann bin ich auch weg. Und ich mache da nicht länger. Aber die zehn Minuten, die will ich dann einfach da einfach in Ruhe trainieren mit meiner Scheiß-Stofuhr und nicht gucken, wie ein Bruder groß genug oder habe ich keinen Bock drauf. Und vor allem, ich habe die Optionen, ist zwar wie gesagt, die Geräte sind dann nicht so wie im FitX, aber das ist es mir nicht wert. Ich bin lieber in meiner Garage, wenn es mal später wird oder wenn es ganz früh sein muss oder was und nicht was. Aber das gebe ich mir nicht mehr. Und dann die 24 Euro, die spare ich mir dann auch. Weißt du, also... FitX bin ich rausgeflogen vor Jahren, weil ich zu laut trainiert habe. Ja, das ist bei uns nichts. Ja, die haben mich auch schon angesprochen, habe ich gesagt. Aber wenn die ganzen Punkt, Punkt, Punkt da auf der Trainingsläche telefonieren und... Die hören kulturelle Musik aus ihrem Handy. Ja, ja. Und ich habe Kreuzheben gemacht und habe beim Kurzhantel Schulterdrücken die umgesetzt, 60er, aufs Knie und habe die dann von da auf den Boden fallen lassen. Und dann kam der Trainer hoch und meinte, öö, öö. Dann haben wir mir erst mal beim dritten Mal umgedreht und gesagt, Junge, ich bin kein scheiß Köter, bist du behindert, Alter? Was willst du von mir? Öö, schmeiß die Handel nicht so auf den Fußboden. Ich sage so, ja. Ich sage, das heißt, entschuldigen Sie bitte, können Sie die Handel nicht auf den Fußboden werfen? Ich sage, was ist denn nicht in Ordnung mit dir? Und dann, ja, gab es Struggle und dann habe ich meine Taktik ausprobiert und bin dann rausgeflogen. Ich glaube, der Dommel, der versteht das Wort Struggle und Trouble gerade wieder falsch. Keine Ahnung. Finde ich gut. Auf jeden Fall gab es dann Ärger. Hast du umgeklatscht? Nein, nein, der kam mir dann immer näher und dann wollte ich ihn mit der Hand nur wieder auf eine normale Entfernung. Ich habe wirklich nur ganz sanft gedrückt. Und dabei ist er rückwärts auf den Boden gefallen und kam dann mit der Trainerin und hat aus 500 Metern auf mich gezeigt und meinte, du bist jetzt hier raus und kannst froh, das will ich nicht anzeigen, den Körperverletzungen. Ich sage, ja, alles gut. Ich sage, Hauptsache, ihr könnt euch meinen scheiß Vertrag bei euch. Und dann war das mein letzter Besuch im FitX. So. Eine Frage noch, die ich ganz interessant finde. Kann man alle Subs auf einmal nehmen oder gibt es Subs, die sich sozusagen gegenseitig aufheben oder behindern bei der Aufnahme? Vitamin ja immer mit Fett zusammennehmen, aber... Mit PEP? Nein, mit Fett. Das auch empfehle ich. Das macht Torf. Ich habe echt PEP verstanden. Vitamin oder so in den Nasen ziehen. Vitamin oder PEP. Vitamin B. Also Strecken. Mit mehr. Mit PEP. Ja, ich habe Vitamin. Herzchen. Du willst halt Kurkumin zum Beispiel jetzt nicht ums Training rumnehmen oder sowas. Also... So gerade alles... Was? Omega-3 nicht. Anti-Oxin. Nee, alles, was Entzündungen hemmt oder sowas. Entzündungen hemmt, ist wirklich vom Training möglichst weit weggelegen. Gab es nicht auch mal irgendwie so Magnesium und Calcium nicht zusammen oder sowas? Irgendwas habe ich auch gerade durch die Magnesium, ja. Kann sein, ja. Magnesium und irgendwas auf jeden Fall. Du darfst, wenn du Kreatin nimmst, darfst du keinen Kaffee gleichzeitig trinken, weil sonst wird es nicht. Das ist Wursch. Kennt ihr das nicht von früher? Ja. Ich habe immer gesagt, wenn du Kreatin morgens nimmst, dann darfst du keinen Kaffee trinken, weil das macht das Kreatin kaputt. Außer beim Krealkalin, da ist es nicht so, weil es stabilisiert ist. Deswegen kostet es auch 60 Euro, die Dose. Da hat Martin noch letztens eine Studie dazu gepostet, dass irgendwie Kreatin nur sieben bis acht Stunden haltbar ist, wenn man es im Wasser auflöst, richtig? Acht bis zwölf Stunden ist es. Echt? Das zersetzt sich, ja. Anscheinend acht bis zwölf Stunden. Also wenn du es jetzt vermischst im Training, dann ist es kein Problem. Aber wenn du es halt jetzt vormischst und am nächsten Tag, dann bringt es anscheinend nichts mehr. Aufnahme mit lauwarmen Wasser ist besser wie mit Kohlenhydraten. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich es gemacht habe. Ich wollte die ganze Zeit ein Reel über Kreatin machen, aber irgendwie war es mir dann, ich glaube, ich habe es nicht gemacht. Diese ganzen Mythen-Scheiße, also das mit Kaffee auf jeden Fall ist ein Mythos, das könnt ihr machen. Aufnahme im Wasser ist tatsächlich, kaltes Wasser ist am schlechtesten, lauwarmes Wasser hat die beste Aufnahmeverfügbarkeit. Es ist von der Aufnahme her völlig scheißegal, ob mit oder ohne Kohlenhydrate. Ja, und das mit dem Zerfall nach acht bis zwölf Stunden stimmt auf jeden Fall auch. Aber was soll das Wasser für einen Unterschied haben, wenn ich es in meinen Bauch kippe, dann hat es irgendwann alles dieselbe Temperatur. Die Kristalle lösen sich im kalten Wasser irgendwie nicht so auf wie im warmen Wasser. Und wenn das im warmen Wasser gelöst ist, dann ist es quasi schon gelöst, wenn es in deinen Körper reinkommt und muss dann nicht erst warm. Packt man den Süßstoff in kaltes Wasser, das löst sich nicht auf. Und im warmen Wasser löst sich das sofort auf. Aber was ich halt zu Martin gesagt habe, diese ganzen Ready-to-Drink-Booster. Kennt ihr noch diese kleinen Dinger, die man da für 2,50 Euro kauft und dann diese Shots? Wenn da dann Kreatin drin ist, dann müsste das Kreatin ja eigentlich unwirksam sein, oder? Eigentlich schon. Richtig geil wäre es, wenn die so eine Kapsel haben, die du aufdrehen musst. So, paff, und dann verschmelzen die bei so. Wie bei so Pins, ne? Wie bei so Pins, ja genau. Die Lilly-Pins. Guck mal, hier ist schon wieder was gelernt. Und das würde ich dann Kreatin, Kreatin, Kreasutrin heißen, Kreatropin. Kreatropin. Das wäre mein... Das wird unser Massenkonferenz-Supplement. Kreatropin. Das wird so eine Kapsel, die du so aufknackst und dann gehen das alle so zusammen und dann hast du die ultimative Booster-Dingsbums da. Ja, das wäre geil, ja. Signature-Supplement. Da kommen noch Turkeston und Ectosteron, komm da mit rein, oder wie heißt das? Und Trivolus. Alright. Wenn man Glutermin mehrmals am Tag nimmt, wie am besten aufteilen? Morgens nüchtern, nach dem Training in jedem Fall, ja. Morgens nüchtern safe und ich würde auch sagen nach dem Training. Und abends, tatsächlich kann es auch Sinn machen. Vorm Pendel, oder? Ich habe es auch morgens nach dem Training und vorm Schlafen nur noch. Ich habe es immer vor dem Training tatsächlich. No. Ich glaube, Hauptsache... Kein groß. Aber das vergesse ich immer. Also ich habe immer nur morgens und vorm Training. Warum haben wir das Abschneiden der Deutschen so krass falsch eingeschätzt? War es Wunschdenken? Ja. Das war, weil alle deutschen Fans anscheinend missgünstige Menschen sind. Weil irgendwie jeder guckt ja immer nur drauf, wann es einer verkackt. Es wird ja immer nur gemeckert. Jetzt hat sich Roman für den Olympia-Qualifizierten, wird er auch schon wieder gemeckert. Oder jetzt hat sich Chris Ziller für den Olympia-Qualifizierten, wird er auch schon wieder gemeckert. Ich habe nur ganz wenig vertauscht. Was heißt hier so, wir so schlecht? Jetzt so, die ersten drei oder so habe ich richtig. Oder fast richtig. Das war darauf bezogen. Auf unsere Tipps oder was? Ja. Gut, wir haben Mike und Dennis ein bisschen weiter vorne gesehen, aber meine Fresse. Ich habe nur Mike und Tim ein bisschen vertauscht, aber Platzierungen waren gar nicht so schlecht. Ja. Ich fand auch, dass es gar nicht so dumm war. Wir sind dann auch keine Hellseher. Vor allem, es ist immer schwer. Man muss sich ja mal vorstellen, man hat die Jungs ja noch nie zusammen auf der Bühne gesehen. Wir haben auch alle beim Einschätzen gesagt, es wird mega schwer, weil man hat die alle noch nicht nebeneinander gesehen. Das ist ja immer was ganz anderes, wenn du was Leben nebeneinander siehst im Vergleich als einzeln auf Instagram. Wie gesagt, habe ich mich ja auch zum Beispiel beim Dennis Reinhold, fand ich, wie gesagt, habe ich vorhin auch schon gesagt, dass der auf Instagram meiner Meinung nach viel, viel besser ausgesehen als er auf der Bühne ausgesehen hat, neben den Jungs. Als ich dann den Dennis vor Ort gesehen habe, habe ich den Dom auch nochmal geschrieben, okay, ja gut, ich glaube, der will rumanschlägen auf jeden Fall und so. Dann sieht man, Dennis hat immer seine besten Posen und so reingeschickt und da, wenn man sieht, ah okay, die Front, die Beats ist von vorne und so, da fehlt halt dann doch ein bisschen Fleisch. Er hat einen richtig krassen Frame und so, wenn er ihn ausfüllt, dann ist er geisteskrank. Aber bis dahin halt fehlt er da an manchen Stellen noch ein bisschen Fleisch und deswegen hat es halt ein bisschen getäuscht. Aber natürlich macht wahrscheinlich jeder, dass jeder seine besten Posen immer noch hoch lädt und die, wo halt nicht so geil sind, ein bisschen verdeckt und bis zum Schluss aufhebt und so, ja. Und Sympathie ist auch immer mit dabei irgendwie. Ja, aber generell auch auf Instagram, wir haben ja nur die Instagram-Fotos gehabt, dann teilweise von Athleten und kein Athletstil stellt irgendeinen Unvorteil auf das Bild, auf der Bühne kannst du halt einfach nichts mehr verstecken. Und da ist halt dann einfach so, ja, und außerdem, ja. Und vor allem, wen verfolgen wir denn? Den Simone oder wie er da hieß, den haben wir nicht verfolgt. Woher sollen wir denn wissen, wo der landet? Dass der jetzt an die Kante vom Maik landet, hätte gar keiner gedacht. Ist halt so. Tim hat das gar nicht gezeigt. Stimmt. Ja. Das macht das auch so schlimm. So, letzte Frage, dann habe ich noch eine an ein paar von euch. Und zwar letzte Frage hier, mit einem EMS-Gerät Muskelabbau in Zwangspause minimieren, ist das möglich? Also anscheinend gibt es eine Zwangspause für die Person und die Person fragt jetzt, ob man mit einem so einem EMS-Training den Muskelabbau dann minimieren kann. Habe ich noch nie gedacht. Ja, finde ich schon auch, weil ich hatte mal jemanden, also der hatte eine OP, und der konnte dann keine Beine trainieren und der hat das immer mit so einem Gerät zu Hause gemacht und er hat sich auf jeden Fall eingebildet, dass dadurch weniger beschwunden ist. Ja. Kann ich mir auch gut vorstellen. Das ist ja eine Stimulation in dem Moment. Also halten auf keinen Fall, aber besser wie nichts. Ja, ich finde auch so ein bisschen stimulieren, also besser als umliegen auf jeden Fall. Aber wenn die Möglichkeit besteht, trainiere einfach den, also Oberkörper weiter oder wenn du den Oberkörper nicht trainieren kannst, dann mach Waden. Ja, Digga, man passt. Am Arsch ist, trainier die Wade, trainier den Oberkörper. Irgendwas trainieren ist immer besser wie EMS, glaube ich, sogar noch. Ja, Digga, man passt mit solchen Tipps auf, wenn sich einer nicht auskennt und nicht weiß, wie sehr er sich da belasten darf nach OP oder was weiß ich was, da würde ich jetzt keine Tipps geben. Also da würde ich... Ja, wenn du ein Quadrizeps abgerissen hast, weißt du ja, dass du den anderen Quadrizeps trainieren kannst. Ja gut, aber in meinem Fall, als ich die Gallenblase rausgenommen habe, kriegt dann hat der Arzt gesagt, wenn sie trainieren, dann platzt ihnen innerlich die Nähte auf und fertig. Okay. Da hätte ich jetzt auch nicht sagen können, ja, ich mach jetzt mal ein bisschen Beine, weißt du, und hab dann... Du merkst ja gar nicht, wie viel Druck du dann auf deinem Bauchraum teilweise ausübst und da würde ich... Da wäre ich ganz vorsichtig, also wenn es irgendwie sowas ist. Ja, ich glaube, wir müssen gerade dann sowas wie ein Handbruch oder sowas gelassen. Wenn der Arzt das dir so sagt, dann würde ich es auf jeden Fall nicht machen, aber ansonsten würde ich immer das trainieren, was geht. Ja klar, wenn die Hand gebrochen ist, dann kannst du Beine trainieren, klar. Siehste. Also nochmal, wir sind keine Ärzte, Apotheker, Mediziner hier. Ja, wir sind einfach nur Idioten, die ein bisschen Ahnung ab und zu von ein bisschen Fachwissen haben, aber gut. Ich habe noch eine letzte Frage. Martin und Kevin hatten die tatsächlich schon beantwortet, deswegen geht es jetzt nur in Ingo und Domme. Und zwar sind wir jetzt über ein Jahr bei der Massenkonferenz dabei und mich würde mal interessieren, was euch diese Massenkonferenz jetzt sozusagen bedeutet, beziehungsweise was sie für euch gebracht hat in diesem Jahr. Also wie habt ihr das Ganze, diese Entwicklung wahrgenommen und welchen Stellenwert hat sie jetzt mittlerweile? Ich habe Ingo kennengelernt und Michelle. Guck, das ist schon mal riesig. Also, kennt ich schon vorher, aber auf jeden Fall so, dass man jetzt so richtig Friends ist. Kommen wir uns jetzt wieder bald besuchen. Ja, ist cool. Generell auch, sage ich mal, alle Kontakte zu allen sind enger geworden. Ja. Ich würde sagen, auch, sage ich mal, klingt immer so blöd, Social Media technisch, aber auch das hat uns alle so ein bisschen vorangebracht. Auf ganz, ganz vielen Meisterschaften oder so, also Meisterschaften hauptsächlich wird man gefragt, ey, du bist auf der außer Massenkonferenz. Ja, mir geht es auch hauptsächlich. Natürlich ist es ein cooler Nebeneffekt, wenn die Leute dann ansprechen, ey, ich kenne dich oder letztens in der Fitnessstühle wieder jemand, ey, ich höre mega gerne einen Podcast und so, freut mich immer, aber am meisten freut mich halt, euch da zu sehen oder einfach zu quatschen, sich aufzupauten. Die WhatsApp-Gruppe ist halt echt Gold wert, man hat immer, man braucht keine News oder sonst was, man kann alles, wir abonnieren, man kriegt immer das Neue, dass das Zähne sofort backfrisch geliefert, das ist immer cool, immer witzig, ja, einfach so die Connection, dass man sich kennenlernt und einfach in zwei Stunden quatscht. Heute war es echt stressig, der Tag und so und dachte, da hatte ich schon schlechte Laune und so, aber wenn man reinkommt und so, dann einfach über Themen, Quatsch, die dann so interessiert, die da zu ähnlichen Hobbys oder das ist zumindest ein großes, gleiches Hobby, dann ist irgendwie einfach immer gute Laune und man kommt, geht dann aus dem Podcast raus und denkst so, naja, hat trotzdem Spaß gemacht und hat dann, ja, ist aber jedes Mal eine gute Zeit. Ja. Weihnachten steht, ne, bei dir? Noch steht's auf jeden Fall, ja. Noch steht's. Ja. Also kann ich Zugtickets buchen? Ja. Okay. Michel und Jana, glaube ich, haben das auf jeden Fall. Weihnachten steht, ne? Weihnachten? Silvester? Nein, Weihnachten bei Ingo und so. Weihnachtsfeier. Weihnachtsfeier. Ja, klar. Ja, ja. Okay, alles klar. Michel hat gesagt, die machen, die machen Chili con carne. Oh, geil. Ja, cool. Ich darf wieder essen, Alter. Darfst du dann auch wieder? Ich auch. Ja, genau. Alter, nicht mehr auf Diät, das wird ganz geil. Ich hab auch nie auf Diät. Selina ist auf Diät. Ich bin eh am allergeilsten, wenn du eine Herbstvorbereitung machst und dann direkt mit Ende der Herbstvorbereitung kommt dann so die Weihnachtszeit, die Adventszeit. Das ist wirklich das allergeilste, Alter. Das ist wirklich schön. Ja, ja. Ich hätte auch gesagt, die macht Plätzchen. Aber ich weiß nicht, was euer Lieblingsweihnachtsgebäck ist, aber ein bisschen kontrovers. Ich mag diese, ich liebe diese kleinen, komischen Bumino-Kreine. Ich auch, Mann. Ich auch. Das ist meine Arbeit. Boah, ich liebe die auch. Boah, Bumino-Kreine. Viele mögen die nicht wegen dieser Filetfüllung, aber ich finde die... Die habe ich als Kind schon immer geflossen. Kiloweise, Alter. Das sind Kindsterne. Oh, ja. Lebkuchen aber auch, so mit Zartbettersuppe. Alles so geil, Jungs. Jetzt hört's auf, mancher Hunger. Krissstollen ist auch richtig geil. Nee, Krissstollen, ja. Nee, nee. Ich geh jetzt. Tschüss. Marzipan? Marzipan-Stollen. Ja, ist auch gut. Okay. Kevin töte uns gleich. Der cheatet jetzt gleich. Ich sag noch, ich hatte keinen Hunger. Jetzt wird die ganze Zeit über geiles Fressen geredet, über Wurstsalat oder Wurstgulasch oder irgendwas. Wurstsalat hat sich ihm angetan. Der Wurstsalat, das... Mein Gott, hier piept irgendwas. Ja, das ist gut. Oh mein Gott. Letzten Satz. Ich hab' mir immer so Bock auf Schrott irgendwie, auf so richtig Schrott. Ja, aber das ist trotzdem, wenn deine Diät vorbei ist, isst du es dann? Nein, Mann. Nee, gell? Man hat einfach so komische Gelüste. Ich hatte mit Jät lang mal ultra Bock, die ganze Zeit auf eine Butterbretze mit Fettbutter. Boah, ich auch. Ich hab' mir mal eine Butterbretze gefressen, aber in der Diät dachte ich... Gibt's nur eine Butterbretze, die geißelten Butterbretze. Keine Ahnung. Der ist so dumm einfach. Aber das hast du schon mal erzählt im Podcast und da hast du mich voll angesteckt, Alter. Da hab' ich mir erstmal Butterbretzen geholt am nächsten Tag, Alter. Schön. Da hab' ich das erste Mal seit drei Jahren wieder Butter gekauft, Alter. Okay, krass. Ja. Sehr geil. Ja. Alright, Jungs. Wir packen's hier. Das war wieder sehr unterhaltsam, lehrreich und einfach auch Bullshit dabei. Von daher, ich danke euch, danke euch auch fürs Reinhören. Es gilt wie immer, ne? Teilt die Folge mit ein. Lasst Liebe da. Folgt den Jungs. Unterstützt uns auf allen unseren Wegen bei unseren Sponsoren. Wird uns sehr freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Bildet euch breiter. Ciao. Ciao. Ciao.